Wer verfolgte die Hexenhebammen? Und warum? Oder wie die sexualfeindliche Moral in Europa etabliert wurde? Von Ottmar Latthoff Keiner ist mehr Sklave als derjenige, der sich frei wehnt, ohne es zu sein. Über die Hexenverfolgung und warum sie noch unverstanden und gleichzeitig wichtig ist. Man könnte meinen, so ein altes Thema hat für unser heutiges Leben keine Bedeutung mehr. Manche sagen sogar, über die Hexenverfolgung sei schon alles gesagt worden. Aber weder das eine noch das andere ist wahr. Eher ist es so, dass die Hexenverfolgung eine der schwerwiegendsten sozialen Katastrophen der letzten tausend Jahre war, mit Resultaten, an denen wir, ohne es zu ahnen, heute noch leiden. Zum Beispiel haben wir den Verlust von effektiven pflanzlichen Verhütungsmitteln zu beklagen. Ebenso die Neurotisierung des Gefühlslebens und die Gräben zwischen den Geschlechtern. Selbst die Bevölkerungsexplosion bzw. das Auftauchen des Phänomens der Masse hat damit ursächlich zu tun. Allein schon der zeitliche Faktor war immens. Immerhin hat die Verfolgung mehr als 400 Jahre gedauert. Die Hexenverfolgung hat zu einer totalen Veränderung der Mentalität und der menschlichen Fühlweise geführt, die aber dann epochal und bestimmend wurde, die Fühlweise des neurotischen, modernen Menschen. Durch den Prozess der Hexenverfolgung kam es in einem wichtigen Bereich des menschlichen Selbsterkenntnisprozesses im Bereich des Fühlens zu Tabus und Behinderungen, die flächendeckend und epidemisch eingeführt und kultiviert wurden. Es kam zu Tabus und emotionalen Behinderungen, die den Menschen vorher unbekannt gewesen waren. Obwohl wir uns heute in den westlichen Industriegesellschaften auf dem Höhepunkt einer kulturellen Entwicklungsstufe wähnen, kann man das, was die Liebesfähigkeit, die Fühlfähigkeit, die Sexualität und das Liebesleben der Menschen anbelangt, bezweifeln. Es scheint eher so zu sein, dass wir uns diesbezüglich in einem der tiefsten Jammertäler befinden, in das Menschen hineingeworfen werden können. Das durchschnittliche Liebesleben in den Industriestaaten scheint der unterentwickelte Rest, eine Degenerationsform dessen zu sein, was in alten, anderen und primitiven Kulturen zwischen den Geschlechtern an Selbstschauung und Ekstase möglich war. Und einer der Hauptgründe für die Rückentwicklung war die Hexenverfolgung. Wenn man die Geschichte der Menschheit im Hinblick auf das Liebesleben und den Gefühlen erforscht und Hinweise sammelt, die Rückschlüsse auf die Qualität der Beziehungen zwischen den Geschlechtern zulassen, findet man, dass es in vielen alten Kulturen, zum Beispiel im europäischen Mittelalter, im alten Griechenland, im alten China, im alten Indien und in vielen sogenannten primitiven Stämmen, zum Beispiel bei den nordamerikanischen Indianern, bei den Pygmäen, im Regenwald Indiens oder der Südsee, einen sehr viel liebevolleren, solidarischen, geduldigeren und sexualfreundlicheren Umgang unter den Menschen gegeben hat und zum Teil noch gibt als das, was wir aus unseren entwickelten Industrieländern wahrnehmen. In vielen dieser alten Zeiten oder primitiven Gesellschaften hatten und haben die Menschen auch eine ganz andere Vorstellung von einer Lebensqualität und einem Lebensstandard, wie er heute in den westlichen Industrieländern definiert wird. Und das gilt auch für unsere Vorfahren so. Viele Völker und verlorengegangene Gesellschaften haben dem emotionalen und sexuellen Fühlen einen sehr hohen Stellenwert eingeräumt, auch im Europa vor der Hexenverfolgung. Viele dieser Gesellschaften waren oder sind von einem ethischen Blickwinkel aus betrachtet erstaunlich friedlich, erstaunlich human und scheinbar menschlich hochentwickelt. Nicht alle, aber doch einige. Die Komplikationen zwischen den Geschlechtern in den Industriestaaten und die vielfältigen psychologischen Probleme stellen nicht den Normalstandard innerhalb menschlicher Gesellschaften dar, sondern sind das exklusive typische Kennzeichen der Neuzeit und der Ausbreitung des Patriarchats. Die Kultivierung der sexuellen Kraft und der menschlichen Liebe zur gegenseitigen Erbauung und Stärkung, wie es aus dem alten Indien, alten China, von matriarchalen Stämmen oder auch noch in Ansätzen aus dem europäischen Mittelalter bekannt ist, ist als Volksmentalität innerhalb der kapitalistischen Gesellschaften verschwunden. Eine solche wäre ja auch glatt marktschädigend. Ein Gut, das frei und leicht für jedermann verfügbar ist, wie zum Beispiel die Liebe, ist schlecht für die kapitalistische Wirtschaft. Es liegt in der Natur dieses Wirtschaftssystems, aus allen Lebensbereichen und besonders aus Notlagen Profite zu schlagen. Die herrschenden Eliten haben es in der frühen Neuzeit gelernt, dass eine solche vitale Energie, wie die der menschlichen Sexualität, zu Steuerungs- und Strukturzwecken genutzt werden kann. Durch die Zerstörung und Irritierung der Liebesfähigkeit des Menschen und Verknappung derselben entsteht nicht nur ein neuer Markt, die Prostitution, die Sex- und Porno-Industrie, sondern es entsteht auch eine ganz andere soziale und wirtschaftliche Dynamik in der neuen Massengesellschaft von hörigen Menschen. Die herrschenden Eliten lernten, je mehr einer zur Entsagung, zum Verzicht selbst auf seine elementarsten Bedürfnisse bereit war, umso müheloser ließ er sich kommandieren. Doch das ängstliche Gehorchen hat seinen Preis, mit dem wir heute alle leben. Emotionale Komplikationen in den Liebesbeziehungen, in den Ehen und in den Familien sind heute ein alltägliches Massenphänomen in den Industriestaaten. Dazu kommt, dass der Mensch ohne die Möglichkeit zu wiederholter sexueller und emotionaler Befriedigung und Anerkennung auf Dauer in Traurigkeit, Selbstzweifel und Depression stürzt. Er wird sauer, komisch und psychisch krank. Infolgedessen tendiert der Mensch im kleinen sozialen Rahmen, wie auch in der großen Politik, zu unbewusst ausagierten Irrationalitäten und materiellen Kompensationen. Diese materielle Kompensation des sogenannten ungelebten Lebens, nach Kurt Tucholsky, bezeichnen die tumpen Wirtschaftswissenschaftler der Universitäten als den Lebensstandard der westlichen Industrienationen. Die einfache Akzeptierung dieses materiellen westlichen Lebensstandards als einen erstrebenswerten Sollzustandes für jedermann, in seiner Zuspitzung auch als The American Way of Life, bezeichnet, ist zu einer Legitimation für die weltweite Ausplünderung und Verkonsumierung aller Ressourcen der Erde und der Kräfte der Menschen geworden. Bei Heroinsüchtigen würde man an dieser Stelle von Beschaffungskriminalität sprechen. Für die krankhaften Bedürfnisse und Kompensationen der noch geldhabenden Konsumenten in den Metropolen der Ersten Welt und für die unendliche Gier nach immer größeren Gewinnmargen der großen transnationalen Multis und ihrer Vasallen in den Parlamenten, finden die globalisierten Massenmedien jedoch nur sehr schmeichelhafte Worte. Die Hexenverfolgung und die daraus resultierenden sozialen Prozesse haben zu einer Umstrukturierung des liebesfähigen Menschen zum Homo normalis in der Industriegesellschaft geführt. Zudem hat sich diese emotionale Umstrukturierung als ein sehr effektiver und kostensparender Kontroll- und Steuerungsmechanismus aus der Herrschenden herausgestellt. Autoritär erzogene und unbewusst ängstliche Menschen sind sehr viel leichter zu manipulieren. So ist unsere heutige Fühlweise nicht mehr natürlich, sondern die Folge eines langen, blutigen Kampfes gegen die Geschlechtslust und gegen die Selbstbestimmung des Menschen im Allgemeinen und stellt den entsetzlichen individuellen Preis dar, den der moderne Mensch und seine Vorfahren in den letzten 500 Jahren für die Konstituierung der bürgerlichen patriarchalen Industriegesellschaft zu bezahlen hatte. Mit unseren privaten Neurosen bezahlen wir für die Existenz des kapitalistischen Patriarchats als solches. Aber nicht nur das. Unsere privaten Neurosen sind der beste Garant für die Perpetuierung, also die Konservierung und Erhaltung dieses bürgerlichen Patriarchats, weil diese Lebensform immer wieder sekundäre Bedürfnisse wie Gier und Neid erschafft, die ausgeglichen werden müssen, für die es dann auch wieder einen Markt gibt. Die folgsamen Menschenmassen, die liebesgeschädigten Neurotiker und Psychotiker sind alle das gewollte psychosoziale Resultat eines mörderischen Krieges gegen die Geschlechtslust und Sexualkultur unserer Vorfahren. Ein Krieg unter dem zynischen Motto der Heilung des Lebens, an dessen Ende Millionen von Frauen und das Wissen über pflanzliche Verhütungsmittel verloren gegangen waren. Ein Krieg, der zu Beginn der Neuzeit von der römisch-katholischen Kirche in Europa geführt wurde, um in einer historischen Notlage die Zahl der Geburten zu steigern. Man hat in einem 500-jährigen blutigen Kampf den Frauen den biologischen Wunsch nach Kindern eingebläut, egal in welcher Situation sie lebt. Man hat die Genusssexualität auf die Fortpflanzungsfunktion reduziert und alles andere, singen, tanzen, unzüchtig sein, zu einem todesstrafwürdigen Delikt gemacht. Und obwohl es in unseren Geschichtsbüchern von Kriegen nur so wimmelt, werden wir in keinem Schulbuch über diesen entscheidenden Krieg um den Verstand und die Herzen der Menschen aufgeklärt. Ein Krieg, der bis heute andauert und kultiviert wird, wenngleich die entscheidende militärisch-terroristische Phase in der Hochzeit der Hexenverfolgung, also ca. 1450 bis 1650, lag. Und es war ein Krieg, dem eine Propagandaschlacht vorausging, die für die damalige Geschichte beispiellos war, aber für heutige Propagandakampagnen beispielgebend ist. Dieser Krieg, der um die Kontrolle der Gebärtätigkeit der Frauen geführt wurde, führte nicht nur zur Entsolidarisierung zwischen Mann und Frau, nicht nur zum Verlust von medizinischer und hygienischer Kultur, z.B. pflanzliche Verhütungsmittel, und zur Erosion von Volkskultur im Allgemeinen, sondern führte auch in die Bevölkerungsexplosion. Nachdem es dann ein Zuviel an Kindern gab, wurde eine neue Form öffentlicher Einmischung in das sexuelle Leben des Menschen installiert, die Erziehung der Kinder ward geboren. Die Pädagogik und die Sexualpolitik wurde im Laufe der Hexenverfolgung zuerst von den Ordensbrüdern und Schergen der katholischen Kirche erfühlt, entwickelt und kultiviert. Die darauf folgende Installierung von Angst in unseren Seelen durch die schwarze Pädagogik, die Förderung und Etablierung von Dummheit und der Aufbau einer moralischen Instanz, eine Art Gehirnpolizei, waren große, in Anführungszeichen, zivilisatorische Errungenschaften der bürgerlich-frühkapitalistischen Zeit am Ende der Hexenverfolgung. Das nach Gunnar Heinsohn genannte Menschenmaterial wurde im Laufe der Neuzeit an die technischen und ökonomischen Vorgaben des aufkeimenden bürgerlichen Kapitalismus angepasst. Es gab auch Widerstand dagegen, aber die privaten Neurosen einer Elite, nämlich der Herrschenden des Spätmittelalters, generalisierten sich, bereiteten sich als soziale Seuche aus und führten am Ende zur Anwendung von Stechuhren und Stechschritten. Der moderne Mensch, der Homo normalis, ist also nicht einfach so organisch, evolutionär in die heutige Geschichte hineingewachsen, wie man sich das so normalerweise vorstellt, sondern er wurde einst über eine Periode von 500 Jahren herbeigemordet und herbeigezüchtet. Das ist deshalb wichtig zu verstehen, weil der moderne Mensch in den Industriegesellschaften heute mehr denn je herausgefordert ist, entsprechend seines humanistischen Anspruchs, den er sich im 20. Jahrhundert zugelegt hat, auch zu handeln. Das mangelhafte Bewusstsein und die deformierte emotionale Grundstruktur des modernen Menschen, der sogenannte subjektive Faktor, wie man es zu 68er-Zeiten analysiert hat, stellen heute eins der größten Hauptprobleme auf der Erde dar. Die Menschen der dritten Welt versuchen bereits, die tumben Bürger der ersten Welt wachzurütteln. Es liegt im Moment an uns, den emotional unterentwickelten Menschen in den industriellen Metropolen, die Probleme, die dieses kapitalistische patriarchale Wirtschaftssystem global geschaffen hat, zu erkennen und zu handeln. Es leiden nicht nur die sensiblen Geister in den industriellen Metropolen, der ganze Planet leidet, die Völker leiden, die Natur leidet. Für die kurzfristige Gewinnmaximierung der wenigen transnationalen Konzerne haben wir, die modernen Medien gedopten Weltentrottel, mittlerweile dermaßen große Risiken in Kauf genommen, zum Beispiel die langsame Zerstörung der Lebensgrundlagen für uns, andere Völker und andere Kreaturen, dass sich längst die Frage nach der geistigen Gesundheit des Homo-Normales gestellt hat. Zweifelsohne ist der normale Bürger in der heutigen Desinformationsgesellschaft aber auch Manipulationen gigantischen Ausmaßes ausgesetzt, die historisch einmalig sind. Es herrscht ein Medienkrieg um das Bewusstsein des Menschen und ein Verdummungskrieg gegen die Interessen der Menschen. Individuelle Neurosen, gesellschaftliche Irrationalitäten und Perversionen aller Art haben längst unseren modernen Alltag durchdrungen und werden heute systematisch von den Medienkonzernen, der Verdummungsindustrie, hochgekitzelt und kultiviert. Es ist an der Zeit, dass wir die vielfältigen Verbindungen zwischen unserem kleinen Liebesleben und dem großen Kosmos, zwischen dem emotionalen und sexuellen Unglück oder Glück der Menschen und die Wirkung dessen auf die wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten in unserer Gesellschaft erkannt werden. Man kann heute nicht mehr auf irgendwelche politischen Parteien warten, in der Hoffnung, dass sie dann zu einer Revolution aufrufen oder die Probleme für uns lösen. Wir alle sind selber gefragt, jeder einzelne von uns. Wir sollten lieber uns selber und unsere Befindlichkeit und unsere Subjektivität ernst nehmen und die Wechselwirkungen zwischen dem sogenannten subjektiven Faktor, also der Mensch mit seinem Gefühlsleben, und der politischen und wirtschaftlichen Realitäten besser kennenlernen, damit man sie erfolgreicher verändern kann. Das Arbeiten an unserem Bewusstsein, das Heilen von Traumatas und psychischen Verletzungen in selbstverwalteten, unkommerziellen Kreisen ist eine sehr sinnvolle Arbeit und ein Gebet und kann nicht nur die Gräben zwischen den Geschlechtern verschmälern, sondern auch eine friedlichere Welt erschaffen. Es war mein Wunsch, hierzu ein wenig beizutragen. Der historische Rahmen Will man die Gegenwart, wie sie sich heute darstellt, verstehen, dann kommt man als fragende und forschende Person nicht drumherum, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Selbst wenn man sich mit einem Ereignis befasst, das schon Jahrhunderte zurückliegt, wie der Beginn der Hexenhebammenverfolgung, bleibt nichts anderes übrig, als sich mit den Zeiten und Epochen aber leider festgestellt, dass diese Regel, selbst in den Institutionen, die sich normalerweise scheinbar professionell diesem Thema widmen, oft nicht angewendet wird. So gibt es eine offizielle, professionelle Hexenforschung in den geschichtlichen Seminaren der Universitäten, die quasi offizielle Entstehungsgeschichten der Hexenverfolgung produzieren, die aber wesentliche Fragen zum Thema Hexenverfolgung nicht beantworten und kein plausibles Szenario der Hintergründe anbieten können. Leider sind die Universitäten heute kein Hort der Objektivität mehr und in einem ernsthaften, disziplinübergreifenden Diskurs scheint kaum jemand interessiert zu sein. Das bedeutet, dass man auch diese Institutionen, die Wissenschaften und ihre Methoden in einen historischen Rahmen einordnen muss. Denn die Universitäten und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schweben nicht in einem luftleeren Raum, sondern sind in eine Realität verankert, die auf vielfältige Weise die objektiven und neutralen Forschungen subjektiv und parteiisch machen. Gerade die Geschichtswissenschaften, die Psychologie und die Wirtschaftswissenschaften, aber auch die Biologie und die Informatik sind in ihren Ergebnissen von Moden, Ideologien, unreflektierten Methoden, fragwürdigen Grundannahmen und heute mehr denn je von Profitinteressen durchwoben, die insgesamt betrachtet der Wahrheitsbewegung oft nicht dienlich sind. Es gilt auch in Wissenschaftskreisen, wes Brot ich esst, des Lied ich sing. In den USA arbeiten bereits 70% aller Akademiker für die größte und aktivste Zerstörungsmaschinerie der Erde, dem militärisch-industriellen Komplex und seinen Medien. Aber auch in Europa wird zunehmend nur noch das erforscht, was den großen Investoren in den Kram passt und Profite bringen kann. Viele brisante, grundsätzliche Erkenntnisse fallen einfach unter den Tisch. So kommt es, dass viele wissenschaftliche Nachrichten von elementarer Wichtigkeit nie das Ohr des Normalbürgers erreichen. Es gibt keine Zensur, aber auch der akademische Mainstream hat viele Filter. Auch deshalb wird über vieles, was politisch nicht korrekt ist, nur in kleinen internen Zirkeln diskutiert. Für das Verständnis der Hexenhebammenverfolgung und für das Verständnis der Sexualfeindschaft werde ich mich im Folgenden auf drei solcher menschheitsgeschichtlich, aber wissenschaftlich abgesicherten Sensationen stützen. Erstens, in der Archäologie und in der Ur- und Frühgeschichte bahnt sich mittlerweile ein sogenannter Paradigmenwechsel an, da neuere interdisziplinäre Forschungsergebnisse eine alte Meinung, nämlich die, dass es immer schon Krieg zwischen den Menschen gegeben haben soll, nicht bestätigt werden können. Die gebürtige Baltin und ehemalige Professorin für europäische Archäologie, Maria Gimbutas, gestorben 1998, die Philosophin und die Historikerin Heide Göttner-Abendroth, der Geologe, Wilhelm Reich-Spezialist und Klimaforscher James de Meo und andere haben allerdings plausibel gezeigt, dass es eine lange, friedliche, kulturschaffende, matriarchale Periode in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Der etablierte akademische Mainstream hüllt sich in Schweigen, diffamiert den einen oder anderen Forscher, aber ohne, dass auf Argumente von Abendroth, Demeo oder Gimbutas und andere eingegangen wird. Da die Gesellschaften in dieser vorpatriarchalen Zeit, etwa 3500 bis 50.000 Jahre vor Christus, nach komplett anderen Ordnungsprinzipien strukturiert gewesen waren, als wir das heute von unseren patriarchalen Gesellschaften kennen, bezeichnet H.G. Abendroth diese Zeit als matriarchal. Ebenso können Kulturen und Gesellschaften, die heute noch existieren und die wir manchmal nur als sogenannte primitive Stämme wahrnehmen, als matriarchal bezeichnet werden. Der an der FHW in Berlin lehrende Wirtschaftswissenschaftler Bernd Senf spricht in diesem Zusammenhang von liebevollen Kulturen, eine Umschreibung, die sich einem wesentlichen Zug der matriarchalen Gesellschaften sehr nähert und verständlicher ist. 2. Es hat auch zur Zeit der Hexenverfolgung, also etwa von 1360 bis 1820, in Europa eine Veränderung, genau genommen eine Verschärfung der patriarchalen feudalen Gesellschaft, zu einer patriarchalen, bürgerlichen und kapitalistischen Gesellschaft gegeben. Die feudale Zeit war in vielerlei Hinsicht weniger patriarchal und weniger finster, als das im Allgemeinen angenommen wird, obwohl das Mittelalter auch sehr männerdominierend und patriarchal war und obwohl die unfreien Bauern und Leibeigenen die Scholle nicht verlassen durften. 3. Die Zeit der Hexenverfolgung ist nur eine wesentliche Etappe bei der Ausbreitung patriarchaler, sexual-repressiver und gewaltbereiter Gesellschaften. In diesem Sinne halte ich die Hexenhebammenverfolgung als eine historisch gesehen späte, aber für die Entwicklung des kapitalistischen Patriarchats entscheidende Etappe der Sexualunterdrückung. Diese patriarchale und kriegerische Zeit reicht allerdings nicht bis an die Uranfänge der Menschheit zurück. 4. Die sozialhistorische Bedeutung des von Wilhelm Reich als emotionale Panzerung umschriebenen psychosozialen Krankheitszustandes ist von der etablierten universitären Geschichts- und Sozialwissenschaft nie diskutiert worden, obwohl es keinen ernsthaften Grund dafür gibt, die emotionalen Befindlichkeiten und die Geschlechterverhältnisse der Menschen als weitere wesentliche Kategorie in die Geschichts- und Sozialforschung des Menschen zu integrieren. Der therapeutische Praktiker und Sozialwissenschaftler Wilhelm Reich hat schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Veröffentlichungen, unter anderem mit dem Buch Die Massenpsychologie des Faschismus, darauf hingewiesen, wie es möglich sein kann, dass emotional-sexuelle Störungen des Menschen nicht nur individuell nachteilhafte Konsequenzen haben können, sondern als massenhaft vorkommende soziale Seuche den Boden für gesellschaftliche Irrationalität und Gewalt vorbereiten und schaffen kann. Auch heute, 50 Jahre nach dem Tode Wilhelm Reichs, widmet sich kaum jemand der individuellen Grundlage und der Entstehungsgeschichte gesellschaftlicher Irrationalität, obwohl sie in unseren zivilisierten Gesellschaften offensichtlich ist und uns in Politik und Wirtschaft tagtäglich begegnet. Fünftens, das, was uns heute als sexuelle und zwischenmenschliche emotionale Störung beim Menschen daherkommt, ist nicht einfach nur die notwendige und zwanglose Folge des christlich-abendländischen Glaubens, sondern vor allem das Resultat eines kirchlichen und staatlichen Mordens, das sich über Jahrhunderte erstreckte und vorzugsweise einheimische Frauen traf. Die Entstehung sexualfeindlicher, bürgerlicher und autoritärer Kindererziehung ist selber die sanfte, fortschrittliche Fortsetzung des Scheiterhaufens und historisch betrachtet nicht der Beginn der Zerstörung der Liebesfähigkeit des zivilisierten Menschen. Im Folgenden werde ich versuchen, drei zusammenhängende Sachverhalte zu schildern. Einblicke in das Sozialgefüge der mittelalterlichen Gesellschaft im Hinblick auf die Sexualökonomie des Menschen vor der Hexenverfolgung. Einiges über die ökonomischen, sozialen und psychologischen Ursachen der Hexenverfolgung zu Beginn der Neuzeit. Einiges über die Entwicklung und die Hintergründe des Frauen- und sexualfeindlichen Wahns in der Theorie bildenden Oberschicht der damaligen Gesellschaft und jede Menge wichtiger Details und Hinweise auf den ökonomischen, sozialen, moralischen, sexualökonomischen Prozess, die erklären, wie und in welcher Zeit das Menschentier von seiner biologischen und liebevollen Natur entfremdet werden konnte. Freiwillig ist das jedenfalls nicht geschehen. Es schien mir auch sinnvoll zu sein, davon auszugehen, dass es sich bei den feudalen und neuzeitlichen Patriarchaten nicht um eine im sozialen Sinne homogene Gesellschaft gehandelt hat. Ich spreche also nicht von klassenneutralen Menschen, sondern gehe im marxischen Sinne in einem Fall von Angehörigen der parasitären Oberschicht und im anderen Falle von den Angehörigen der unterjochten bäuerlichen Unterschicht aus. Diese Unterscheidung ermöglicht die getrennte Untersuchung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche. Denn was das Sozialverhalten, die moralischen Wertvorstellungen, das Selbstverständnis, die Bildung, das emotional-sexuelle Verhaltensmuster und die Art der Sozialisation der Menschen betrifft, unterscheidete sich die herrschende Oberschicht gewaltig von der jeweilig unterjochten und abhängigen Bevölkerung. Teilweise haben sich diese Verhaltensmuster auch gegenseitig beeinflusst. Die Ausbreitung des sexual-repressiven Patriarchats mit all seinen psychosexuellen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachteilen ist heute in Zeiten der Globalisierung keineswegs ein abgeschlossener historischer Akt. Es handelt sich bis heute um einen anhaltenden dynamischen Prozess, der lediglich andere Formen und andere Dimensionen hat als vor 250 Jahren oder zu Beginn der Neuzeit oder vor der Antike. Ich erinnere an die Auswirkungen der globalen Klimaveränderung, an das globale Artensterben, an die sich ausbreitenden Wüsten, die Regenwaldzerstörung, die zunehmenden Vergiftungen unserer Lebensräume und an die zunehmende Verelendung der Menschen in den Metropolen und in der sogenannten Dritten Welt. An die Verrohung der politischen Sitten, insbesondere durch die USA, unter der Knute der Großbanken und der transnationalen Konzerne. Über das Hexenwesen im Mittelalter oder von den sexualfreundlichen Überbleibseln archaischer Lebensgewohnheiten europäischer Stämme. Die Geschichte der europäischen Hexenhebammenverfolgung beginnt in der römischen Antike und zwar mit der Etablierung des christlichen Glaubens als Staatsreligion und mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums. Als kleine Sekte innerhalb des römischen Reiches wurden die Christen zunächst selber von den Schergen des römischen Imperiums verfolgt und ermordet, avancierten aber dann doch in einem abenteuerlichen Prozess zur Staatskirche. Das war im Jahr 400 nach Christus. Das römische Imperium hatte einen unverkraftbaren Niedergang der Bevölkerung zu verzeichnen und Zuchtversuche zur Steigerung der Sklavenzahl blieben erfolglos. Denn die Sklavinnen konnten sich erfolgreich gegen Schwangerschaften und Geburten wehren, sie verfügten über entsprechende pflanzliche Mittel. Lediglich eine andere Fortpflanzungsmoral der unterjochten Sklaven hätte das Ruder für das zusammenbrechende Imperium umreißen können. Das römische Imperium als politisches Gebilde bricht ca. 480 nach Christus mangels Arbeitskräften zusammen, jedoch nicht ohne die feudale Abgabenwirtschaft auf den Weg gebracht zu haben. Die feudale Abgabenwirtschaft war eine neue Wirtschaftsweise, die den ökonomischen Lebensinteressen der Unterjochten und Sklaven so weit entgegenkam, dass sie zumindest gewillt sein konnten, sich selber wieder fortzupflanzen. Nach der militärischen Ausbreitung der Nachfolgeimperien der Römer in Europa fanden sich die meisten überlebenden und unterworfenen Mitglieder europäischer Stämme, also der Usipeter, Eburonen, Sigamba, Treverer und so weiter, als hörige und leibeigene Bauern in der Abhängigkeit der neuen großen Macht Europas wieder, der römisch-katholischen Kirche. Die letzten auf deutschem Boden sich erbittert wehrenden und um ihre Autonomie kämpfenden Stämme waren die Friesen und die Sachsen Nord- und Mitteldeutschlands. Die Sachsen wurden in einem brutalen 30 Jahre dauernden Krieg von 1772 bis 804 nach Christus von der militärischen Übermacht Karls des Großen unterworfen. Die über Jahrhunderte organisch gewachsenen germanischen Stammesverbände wurden zerstört, die Stammesreligionen verboten, Zwangskristianisierung angeordnet und durchgeführt. Diese Maßnahmen lassen sich vergleichen mit der Ermordung und Unterwerfung der nordamerikanischen Indianer durch die USA in den letzten 250 Jahren. Das konkrete soziale Leben der so in die Leibeigenschaft gezwungenen ehemaligen Stammesmitglieder war noch sehr von den archaischen Werten und Lebensweisen der ehemaligen viel freieren Stammesgesellschaften geprägt. Die Menschen wurden dezentral und verstreut auf landwirtschaftliche Flächen in kleineren und größeren Höfen angesiedelt. Manchmal lebten bis zu 70 Personen unter einem Dach in einer Art Produktions- und Konsumgemeinschaft. Das Leben hatte einen sehr anderen Charakter als das Leben in der Industriegesellschaft. Die Nachbarschaft wurde als Ergänzung zur Verwandtschaft betrachtet. Freundschaften, Nachbarschaften, Verwandtschaften überschnitten sich in ein unauflösbares Ganzes. Das ganze Jahr war durch religiöse und profane Feste gegliedert. Weil die Angehörigen der ehemaligen Stämme jetzt auf unterschiedlichen Höfen und Hufen im ganzen Land verteilt worden waren, hatten sie natürlich auch das Bedürfnis, die ehemaligen Stammesangehörigen und entfernten Verwandten wiederzusehen. Das geschah zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel zu Vollmond, an bestimmten sakralen Orten, an den alten heiligen Treffpunkten, an Hainen, auf Lichtungen oder an warmen Quellen. Die katholische Kirche und ihre Abgesandten versuchten argwöhnisch über das öffentliche Leben und das Verhalten der Menschen zu wachen. In einer der bedeutendsten Kirchenrechtssammlung des Abts Regino von Prüm, ca. 906, ist der Kanon Epsikopie enthalten, der die moralischen Absichten der Kirche jener Zeit enthält. In diesem Gesetzeswerk über die Durchsetzung christlicher Weltvorstellungen bei der damaligen Bevölkerung wurden heidnische Praktiken beschrieben, die geächtet wurden und ausgerottet werden So ist in diesem Buch die Rede von Gelübden an Bäumen, Quellen und an gewissen Steinen, die gleichsam als Altäre betrachtet und mit Lichtern Kandela besetzt wurden. Solche dem Dämon geweihten Bäume sind mit Wurzel auszuheben, desgleichen sind die heidnischen Opfersteine zu beseitigen. Zu Anfang des Januar sollen heidnische Gebräuche fernbleiben, auch darf nicht an Glücks- oder Unglückstagen oder an dem Einfluss der Gestirne oder auf das Geschick der Menschen geglaubt werden. Keine Arbeit darf mit Zaubersprüchen oder symbolischen Handlungen begonnen werden, so darf man beim Sammeln von Arzneipflanzen nur das Vaterunser und namentlich auch das Glaubensbekenntnis her sagen. Es heißt weiter Unter Anführung eines Konzilbeschlusses, dass Christen bei der Totenwacht mit Furcht und Ehrerbietung zu Werke gehen nach der Erfindung. Ferner lässt der getreue Abt fragen, hast du irgendeinen aus Kräutern und anderen Stoffen bereiteten Zaubertrank getrunken, um kinderlos zu bleiben, oder hast du gekostet De Semine Viri, damit er in Liebe zu dir entbrenne? Das Buch reflektiert und ächtet das bis dahin normale Alltagsverhalten und die Kultur der unterjochten unchristlichen Heiden, was im Übrigen neben Landbevölkerung auch eine Bezeichnung für jemand war, der das Heid, die göttliche Kraft verehrte. Diese Heiden also, Nachkommen der zerstörten und militärisch besiegten germanischen Stämme, versammelten sich an bestimmten Tagen im Monat, im Jahr, an ganz bestimmten Plätzen in der Natur, um ihre alten Kulturen und Traditionen, die ja ein Teil ihrer Identität waren, zu pflegen. Die Rede ist von nächtlichen Festen an ausgewählten Orten in der Natur. Erst spät im 15. Jahrhundert, während der Zeit der Hexenverfolgung, wurden diese Treffen von der Inquisition als Sabbate bezeichnet. Der Sabbat war der heilige Tag der Juden, an dem nichts erlaubt war, kein Handel, keine Arbeit, nur eins war an diesem Tag erlaubt, der Geschlechtsverkehr. Die alten archaischen Naturreligionen, von welchen Natur, die Verwandtschaft aller Lebensformen, die Fruchtbarkeit der Lebewesen, die Feier des Lebens und die Feier der ungeheuren Kraft der menschlichen Sexualität zum Inhalt. Man fühlte sich auf unterschiedlichste Weise mit allen Kreaturen verwandt und fühlte sich in den ewigen Kreisläufen des Lebens eingebunden. Fast alle frühen Völker hatten eigene Traditionen und Feste zur Verehrung und Vielfältigkeit der Schönheit der Natur, der Fruchtbarkeit der Wälder des Bodens, der Tiere, der Frauen, der sexuellen Attraktionen und der körperlichen Liebe. Religion bedeutete die gemeinschaftliche rituelle Rückbindung und Besinnung der Menschen auf die Kräfte der Natur, die Feier derselben und gleichzeitig die Pflege der eigenen körperlichen und auch sexuellen Energien und der mentalen Potenziale. Es schien nur logisch mittels nachahmender Magie, zum Beispiel durch Pantomime, Verkleidung, Tanz und Geschlechtsverkehr auf den Äckern, die man bestellt hatte, eine gute Ernte zu erflehen. Religion bedeutete sich als kleines Teilchen in den großen Kreisläufen der Natur und als Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu bestätigen. Verhaltensanweisungen, Moralität, Glaubensbekenntnisse, autoritäre Dogmen und Sexualfeindschaft, wie es die römisch-katholische Kirche vertrat, hatten ursprünglich nichts mit Religion zu tun. Erst mit der Verwendung religiös verbrämter Herrschaftsideologien kam unsere heutige Vorstellung von Religion in die Welt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Gottesdienst des Hexenkultes und dem anderer westlicher Religionen besteht in der Kleidung. Die meisten Leute machen sich fein für den Kirchgang. Hexen zogen sich aus. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Hexen an eine Kraft glaubten, die in ihrem Körper existiert. Diese Kraft strahlt von ihrem Körper aus und würde durch die Kleidung behindert. Diese Kraft ist die Magie des Hexenkultes. Der Glaube daran ist die Essenz dieser Religion, sagt Frank Donovan in seinem Buch Zauberglaube und Hexenkult. Diese Gottesdienste fanden zu Vollmond statt und waren zugleich Treffpunkt, um wichtige Informationen auszutauschen, Massenpicknick, Karneval, Trink-Sexual-Orgie und Heilungszeremonie. Um die Bedürfnisse nach einer relativen Abgeschiedenheit vor unerwünschten Zuschauern, Häschern oder später den Hexenverfolgern zu gewährleisten und um ungestört die Lust an einer derben und lautstarken Ausgelassenheit, dem Heidenlärm, zusammenzubringen, waren diese Menschen gezwungen, ihre Festivitäten weit draußen in der Wildnis, auf Feldern, in Wäldern, auf abgelegenen Lichtungen, in Höhlen oder Feenkreisen abzuhalten. Von Mitternacht bis zum Hahnenschrei dauerten diese Feste, von einer Versammlung einer Gemeinschaft, die in allem zeigen wollte, wie sehr sie sich als eng verbundenen Kreis ansahen, über eine Versammlung von fahrenden Schülern, jungen Rittern auf der Suche nach Weisheit und besonders nach der großen Liebe, Gesellen, denen es um das wahre Rätsel der Meisterschaft in ihrem Beruf ging, Hebammen, Kräuterhexen, Musikanten und Gaukler, bis hin zum verschwiegenen, sakralen Treffen weniger, noch verbliebener Träger einer verfemten, geächteten und untergehenden, archaisch-matriarchalen Lebenskultur, sie alle trafen sich an jenen lodernden Feuern in den Vollmondnächten, je nachdem, wie massiv die kirchliche, staatliche und soziale Verfolgung eingriff. Wichtigster Bestandteil der Treffen war der Tanz. Einerseits war er die religiöse Handlung, um übernatürliche Hilfe durch Pantomime oder durch Tierverkleidungen und Anmalen zu erhalten, andererseits war er emotionaler Stimulus. Getanzt wurde natürlich nicht ohne Musik. Es gab rituelle Tänze zu Beginn solcher Treffen, dann aber auch solche, die nach dem obligatorischen Festschmaus stattfanden. Die Letzteren dienten dem Abbau von Hemmungen, um zum Beispiel in emotionale Ekstase zu gelangen. Nach weiteren Tanzphasen pflegten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre sexuellen Interessen, gaben sich der geschlechtlichen Liebe hin. Diejenigen, die an solchen festen teilnahmen, scheinen sich bestens unterhalten zu haben. Eine junge Frau sagt vor einem französischen Inquisitor, Der Sabbat war ein wahrhaftes Paradies, in dem unbeschreibliche Freude herrschte. Die dort waren, fanden, dass die Zeit zu schnell verging, bei so viel Glück und Vergnügen. Sie bedauerten es sehr, das Fest verlassen zu müssen und wünschten schon den Zeitpunkt herbei, an dem sie wiederkommen könnten. Die Sabbate lebten noch Jahrhunderte als Volksfeste weiter, nachdem der Hexenkult in den Untergrund vertrieben worden war. Ein Beispiel sind die Mai-Feste, die überall während des 18. Jahrhunderts gefeiert wurden. Diese Feste hatten keine bewusste religiöse Bedeutung, aber Masken, Festmäler, Tänze und freie Liebe waren Bestandteil dieser Feiern. Mittelalterliche vorbeugende Gesundheitspflege Eine Variante dieser nächtlichen Versammlungen waren die Wildbäder an warmen Quellen, die Maienbäder und später in den Städten und Dörfern tauchten die sogenannten Badehäuser auf. Allerdings hatten diese Treffen in diesen dörflichen und städtischen Badehäusern mehr noch einen weltlichen Charakter. Die vorbeugende Gesundheitspflege spielte eine große Rolle. Der volkstümlichen Medizin ging es bei diesen Behandlungen, bei diesen Treffen weniger um die Rettung von Schwerkranken als vielmehr um das Erfülltsein von der großen Kraft, die sehr konkret gemeint war. Die uns heute bekannte Schulmedizin gab es im Mittelalter nicht. Die arme Bevölkerung konsultierte in Fällen von Krankheit, Unbill oder auch bei Geburten die erfahrenen weisen Frauen, Saga, Venefica, Belladonna oder auch Brauchweiber genannt, die die Bräuche des Heilens, zuweilen auch des Verderbens, kannten. Solche überdurchschnittlich Begabten und in einer langen archaischen Tradition stehenden Frauen besaßen ein hohes und auch gefürchtetes Ansehen, unabhängig von ihrer sozialen Stellung im Dorf. Sie kannten sich mit den Sitten und Bräuchen genau nach der Vorschrift aus, wussten Reime und Sprüche für Kindtaufen, Hochzeiten und Begräbnisse zusammenzustellen und sorgten bei Hochzeiten mit für Stimmung. Da sich ihre spezielle Begabung meist auf das Gebiet der Volksmedizin erstreckte, auf magische Heilungen und Beschwörungen, in der süddeutschen Volkssprache als Brauchen bezeichnet, erklärt sich ihre Bezeichnung als Brauchweiber. Sehr wichtig ist, so die archaische Vorstellung, dass man beim Menschen, der irgendwie auf trübe Gedanken gekommen ist, zuerst einmal die Lebensfreude emporsteigen lässt. Dann erst sind Körper und Geist bereit, von Neuem die guten Kräfte der Natur aufzunehmen. Dieselbe Gewehrsfrau, von der dieses Zitat stammt, erzählt dem Volkskundler Sergius Gollovin, von den Angehörigen der Stämme ihrer Heimat, die noch mit mehr als hundert Jahren die Zeugungskraft besaßen. Fühlten sie sich ein wenig unwohl, dann warteten sie gar nicht ab, bis sie in Verzweiflung gerieten, dadurch die Säfte ihres Körpers völlig vergifteten und dann nachträglich Opfer irgendeiner Seuche wurden. Ihr Stamm bereitete für die gebrechlichen Alten, wenn sie ihnen so wichtig waren, dass sie sie noch auf der Erde zurückhalten wollten, bei zunehmendem Mond, ein schönes Fest. Man musizierte für sie und die jungen Mädchen des Stammes tanzten für sie. Freuten sich die Alten wieder am Leben, lachten und tanzten sie gar selbst, dann war die Gefahr zunächst einmal gebannt und sie konnten sich jungen Leuten gleich aufführen. Auch das Meilenbad sollte die Lebenskräfte der Gesunden so erneuern, dass sie für die Heilung sollte zwölf Monate dauern, dann muss sich der Mensch wieder verjüngen. Sonst kommt nach der strengen sonnenarmen Winterzeit der 13. Monat, der das Unglück bringt. Diesen 13. Monat muss man der Gesundheit widmen und alle seine Lebenskräfte im Mai wecken. Dann kann man sich sicher sein, die nachfolgenden zwölf Monate stark und gesund zu bleiben. Zu den Kuren an warmen Quellen oder auch in den dörflichen Badehäusern zusammen mit den Einheiterungen durch die Bademädchen gehörte nicht nur fortgesetztes Baden in den Bottichen mit reinem Quellwasser sondern auch die Teilnahme am großen Bad der Verjüngung das sich die ganze Natur selber gewährt um im neuen Frühling und Sommer mit ihrer Fruchtbarkeit beginnen zu können. Man hatte die Vorstellung dass schon die Luft des Wonnemonats Mai heilsam ist. Heilsamer noch der Morgentau mit dem man sich wäscht und den man sammelt wie auch ein Bad in der Mai Nacht oder in der Früh des Tages von besonderer Wirkung ist. Körperteile die man mit dem Mai Tau wusch würden ein Jahr lang nicht mehr altern allerdings galt es als schlecht während des Waschens zu sprechen. Nackte Menschen die da in der Nacht auf den ersten Mai tanzten und nackt in den heiligen Quellen oder im Tau der Wiesen badeten galten den christianisierten uninformierten Zeitgenossen und später den Heschern der Inquisition als Angehörige eines unheimlich magischen Bundes der seinen Sabbat beging. Trägerinnen dieser volkstümlichen Gesundheitspflege waren die weisen Frauen und die Baderinnen die im Übrigen auch der Meinung waren dass man im Maien jede Müdigkeit und den einhergehenden Liebesüberdruss nur verlieren kann wenn die Menschen am anderen Geschlecht wieder Freude fanden. Von den Einheimischen wurden diese Treffen zum Beispiel als Akademia bezeichnet. Akka war eine frühe Göttin die in den nordischen Ländern besonders Lapland verehrt wurde. Dort hieß sie Pojan Akka denn ihr Reich ist Pojan das Land des Windes und der Morgendämmerung das uns im Nordlicht erscheint. Der Name dieser Göttin wurde auch in der antiken römischen Mythologie gefunden wo sie Acker Laurentia hieß und das fruchtbare Ackerland schützte. Sie wurde von den Frauen in großen Festen gefeiert. Ein Fest zu ihren Ehren war eine Akademia mit Gesängen Tänzen und gelehrten Diskussionen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung die später patriarchal verändert gebraucht wurde erklärt Heide Göttner Abendroth in dem Jahresprogramm ihrer Akademie Hagia International. Über das Treiben im Badehaus und andere unzüchtige Sitten des gemeinen Volkes. Aus den nächtlichen archaischen Sabbaten und Akademia entwickelte sich im Laufe der Zeit unter dem sittenpolizeilichen Druck der katholischen Kirche in den langsam entstehenden Städten die Badehäuser und die Badehauskultur. In fast allen Berichten über die mittelalterliche Badehauskultur, ob es sich nur um architektonische Darstellungen der Badestuben oder Beschreibungen des Berufsstandes der Bader und Baderinnen handelt, schimmert überall die heitere, laszive und derbe Ausgelassenheit der Ereignisse durch, die sich wohl in den Badehäusern zugetragen haben müssen. Das kultisch Brauchtümliche dieser Riten trat allerdings mehr und mehr in den Hintergrund. Die Badeerotik steigerte sich, losgelöst verweltlichte zum geselligen Zeitvertreib. Resumierend könnte man sagen, dass das Badehaus eine besondere Mixtur aus Diskothek, Hallenbad und Bordell, allerdings auch für Frauen, war. Wobei es im Unterschied zu den gleichzeitig existierenden echten Badebordellen nicht um bezahlte Prostitution von Männern und Frauen ging, sondern um die damals gewöhnliche Art ganzheitlicher Körperpflege und Geselligkeit. Es lassen sich die Badehäuser in beinahe jedem auch noch so kleinen Ort im europäischen Mittelalter nachweisen. Die besondere Note des mittelalterlichen Badewesens ist sein unverhüllt libidinöses, oft geradezu orgiastisch anmutendes Gepräge. Das Bad wurde meistens in Gesellschaft zu festgesetzten Zeiten besucht, weil das Heizen der Badestuben sonst zu teuer gekommen wäre. Der Weg von der Wohnstätte im Dorf bis hin zum Badehaus wurde oft nur mit einem Hüfttuch oder unbekleidet zurückgelegt. Während des Badens und danach wurde gemeinsam gegessen, getrunken und gesungen und wen die Lust anwandelte, der durfte je nach Neigung frivolen Amüsements oder derbsten erotischen Ausgelassenheiten nachgehen. Zeitgenössische Quellen erwähnen immer wieder, dass dabei durchaus Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern geherrscht habe. Der Mann trug höchstens einen knappen Ländenschurz, die sogenannte Niederwatt, oder auch nur eine sogenannte Wadel, ein kleines Reisigbüschel, in der Hand, zum Bedecken der Geschlechtsteile, wenn er aus dem Bade stieg. Die Bekleidung der Frau war gleich negativer Art. Sie bestand in der sogenannten Bader, einem Schurz, der sie nur notdürftig bedeckte. Die Frau zeichnete sich sogar dadurch aus, dass sie sich den Blicken viel häufiger nackt zeigt als der Mann. Dafür unterließ jedoch die Frau nicht, sich in anderer Weise anzuziehen. Sie prononcierte ihre Nacktheit, indem sie sie zur Ausgezogenheit machte. Das erreichte sie durch den sorgfältigsten Aufbau ihrer Frisur und indem sie blitzendes, kostbares Geschmeide im Bade anlegte, Halsketten, Armbänder und ähnliches. Jetzt war sie die ausgekleidete, pikante Dame. Aus der ursprünglichen Not hat man so zu eigener und fremder Ergötzung eine Tugend gemacht. Diese Sitte des gemeinsamen Badens beider Geschlechter und der häufigen völligen Nacktheit der Frau herrschte ungehindert bis ins 13. und 14. Jahrhundert. In vielen Badestuben befanden sich eine oder mehrere Kammern, in die ein genügend erhitztes Paar sich nach Belieben zurückziehen konnte, um das im Bad begonnene Spiel dort zum beiderseits erwünschten Ende zu führen. Man war der Meinung, dass während des Häusern erst dann die Kräfte und Säfte in Bewegung geraten und damit die besten Voraussetzungen für die Gesunderhaltung geschaffen sind, wenn diese durch sinnliche Darbietungen aller Art gefördert und flankiert wird. Es ging um die Stimulierung aller, auch der sexuellen Sinne und illustriert, dass in alter Zeit die Volksmedizin und die Künste der Lustbarkeiten wie Musik, Tanz, Theater eine große untrennbare Einheit darstellte. Die Bademädchen waren keine käuflichen Dirnen, sondern gehörten zu den Frauen, die sich nicht nur mit dem richtigen Gebrauch der guten Wasser oder besonderer Kräutermischungen auskannten, was wohl eine echte Wissenschaft war, sondern sie waren auch Expertinnen in Sachen Tanz, Musizieren, Singen, Massagen und so weiter und genossen insofern großes Ansehen. Aus dem 14. Jahrhundert wissen wir aus Mönchskreisen über die Bäder von Wiesbaden, sie seien Fest des Bauches, öffentliches Haus der Venus, Spielwerk des Teufels. Es wurde damals geradezu behauptet, dass sogar sehr anständige Frauen von einem Besuch dieser Orte als Teufelsweiber heimkehrten. Auch aus den Überlieferungen über die Alpenbäder weiß man noch von wallenden Dämpfen, die zusammen mit der Musik und dem Tanz der Bademädchen die Menschen im Wasser in eine Laune brachten, dass sie glaubten, sie seien im irdischen Paradies und alles um sie herum sei schön. Einen weiteren interessanten Hinweis auf die in sexueller Hinsicht ungezwungenen Sitten des ausgehenden Mittelalters haben wir aus den Darstellungen über die gemeinschaftlich genutzten Schlafstätten im Gesindehaus. Während es im 14. Jahrhundert in der adeligen und klerikalen Herrschaftsschicht eine Entwicklung in Richtung zum Privaten gibt, das Gegenteil vom Geselligen und bezeichnet schließlich das Zurückgezogene, wird zur Zeit des Mittelalters im Strohgedeckten Gesindehaus oder in den Herbergen das gerade Gegenteil gelebt. Für die Mehrheit der Bevölkerung gab es Gemeinschaftsbetten, in die sich die Knechte und Mägde, Wanderer, Prelaten, der Schulte, die Musikanten, die Kinder und manchmal auch die Herren drängten und in dem, sehr zum Missfallen der Kirche, häufig mehr als zehn Personen splitternackt und kunterbunt durcheinander schliefen. Als einfache Regel galt, wenn man sein Hemd anbehielt, signalisierte man damit der Bettgenossin oder dem Bettgenossen, dass man nicht belästigt werden möchte. Da die Kirche mittels der Ohrenbeichte bis in die Mitte solcher Betten vordringen konnte, erhielt man im Kampf gegen die Sittenlosigkeit erfassbare, quantifizierbare und kategorisierbare konkrete Beispiele. Unbefangen erzählten die Beichtenden dem Priester von Dingen, die unter dem Heidentum nicht oder kaum missbilligt worden waren. Oralverkehr, Inzest im weitesten Sinne, weibliche Homosexualität, Masturbation und andere Positionen als die Missionarsstellung. Die Kirche antwortete darauf sehr zögerlich. Zunächst gab sie den Betroffenen den Rat, sich doch sexuell zu enthalten, was dann auf mehr als 150 Tage Keuschheit pro Jahr hinauslief und somit den Eheleuten und nur den Eheleuten lediglich 200 Tage beließ, an denen es ihn anheim gestellt war, sich zu vereinigen. Empfängnis Verhütungsmittel und Selbstständigkeit der Frauen im ausgehenden Mittelalter Die weibliche Souveränität in sexuellen Belangen, die sich in den heterosexuellen Vergnügungen der Badehauskultur zeigte, korrespondierte mit der verhältnismäßig großen Selbstständigkeit, die die Frauen im Laufe des Mittelalters in beruflichen Dingen erlangen konnten. In Köln zum Beispiel gab es Zünfte und Gilden, in denen es nur Meisterinnen, Handwerkerinnen und so weiter gab und die auch im Besitz von Frauen waren. Das Bild einer relativ souveränen Stellung im Mittelalter rundet sich auch dadurch ab, dass vor der Mitte des 14. Jahrhunderts die Prostituierten in ihren Heimatgemeinden zur Ehre gereichen und nicht wie seit der frühen Neuzeit ghettoisiert und staatlich drangsaliert werden. In der mittelalterlichen Kirche gibt es dabei sowohl Verurteilungen als auch lukrative Beteiligungen an den Bordellen. Was außerordentlich wichtig für die Stellung der Frau war und für unsere neuzeitlichen Ohren vielleicht befremdlich klingen mag, die Empfängnisverhütung war eine Gegebenheit der mittelalterlichen Kultur. Im Mittelalter wie auch bei fast allen sogenannten primitiven indigenen Völkern, siehe zum Beispiel den Artikel von J. Demeo in Emotion Nummer 11, verfügten die Frauen und Männer über hervorragende pflanzliche Empfängnisverhütungs- und Abtreibungsmittel. Ohne solches Wissen wäre auch eine derartige sexualfreudige Badehauskultur kaum möglich gewesen. Es gibt zudem weder im mittelalterlichen Europa noch bei irgendwelchen außereuropäischen Völkern vor der Kolonisation Hinweise auf ungewollte Schwangerschaften, auf Säuglingssterben, Kindbettfieber oder Mütterelend. Träger dieses medizinischen Wissens über die Empfängnisverhütung waren meistens spezialisierte Frauen. Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral Bei all den Kriegen, die im Mittelalter und in der Neuzeit geführt worden sind und von denen unsere Geschichtsbücher vollgestopft sind, findet ein Krieg am wenigsten Beachtung, obwohl er für die Geschichte der Menschheit der bedeutsamste war, der Krieg gegen das Sexuelle im Menschen. Man stößt in der Literatur über das ausgehende Mittelalter und über die sich entwickelnde Neuzeit auf einen Bruch, einen gewaltigen moralischen Umschwung hin zur Sexualfeindlichkeit, ohne dass die unterschiedlichen Berichterstatter diesen Umschwung plausibel erklären. Sie beschreiben ihn lediglich nach dem Motto vorher war es locker, dann irgendwie nicht mehr und alles wird immer strenger. Der schärfste gesetzesgeberische Ausdruck dieser Veränderung findet sich in der Verhängung der Todesstrafe für nicht-eheliche Genusssexualität und der Ächtung von all dem, was damit zusammenhängt, in der von Papst Innocenz dem Achten, der Unschuldige, verordneten Hexenbulle von 1484 und in der Constitio Criminalis Carolina CCC von 1532 unter Kaiser Karl dem V. Die Todesstrafe für Genusssexualität erhielt damit Gültigkeit für den größten Teil des europäischen Kontinents. Das führte zu einer Art Zwangszölibat für Nichtverheiratete. Heiraten konnten nur jene, die über eine entsprechende Wirtschaft verfügten. Dieser ungeheuerliche und radikale moralische Umschwung ist Folge der sogenannten Hexen- Hebammen-Verfolgung, die nach 1360 einsetzt und ganz Europa in ein sittenpolizeiliches Terrorregime verwandelt hat. Diese ungeheuerlichen Geschehnisse, ihre sozialökonomischen Hintergründe und die massenpsychologischen Folgen stellen den eigentlichen Einbruch der sexuellen Zwangsmoral in Europa dar. Fast alle emotionalen Deformationen und psychischen Störungen, mit denen sich dann 400 Jahre später Legionen von Psychologen auseinandersetzten, nehmen hier ihren Anfang. Durch die Hexenverfolgung ist es zu einer gewaltsamen Übertragung der sexualfeindlichen Eigenarten eines fanatischen Teils der herrschenden klerikalen Männerbünde auf die Gesamtbevölkerung gekommen. Das war der Effekt. Oberflächlich betrachtet haben wir es mit einem frauenfeindlichen Wahn geisteskranker Kleriker zu tun. Der hätte aber durchaus auch 500 Jahre früher ausbrechen können. Hat er aber nicht, denn der Wahn ist nur die halbe Wahrheit. Diese systematische und massenhafte Ermordung von Frauen, die Trägerinnen des tradierten medizinischen Wissens waren und die den unbeschwerten, d.h. folgenlosen Sexualgenuss der unterjochten Bevölkerung ermöglichten, hatte einen kühlen, rationalen Grund, dem sich alle Gelehrte und Größen der damaligen Zeit, Albertus Magnus, Roger Bacon, vorbehaltlos anschlossen. Es ging schlicht und ergreifend um die Verteidigung der reichtumsabschöpfenden Sonderinteressen der herrschenden kirchlichen und adeligen Kasten in einer ökonomisch und sozial angespannten Situation. Die Installierung und Durchsetzung der sexualfeindlichen Moral war ein Mittel, um ihre Privatinteressen zu verteidigen, allerdings mit ungeheuerlichen langfristigen Folgen. Über die Zeit, in der die katholische Kirche nur formal sexualfeindlich gesinnt war. Um den Gang der Ereignisse, die zur Hexenverfolgung geführt haben, weiter zu illustrieren, müssen wir hier noch einmal kurz in sozialökonomischen Besonderheiten des aufsteigenden Mittelalters eintauchen. Die Umwandlung der Sozialstruktur vom römischen Kaufsklavenkapitalismus in eine feudal abhängige Bauernwirtschaft vollzieht sich in einem langsamen und brutalen Prozess, der erst im 8. Jahrhundert seine ganze wirtschaftliche Dynamik entfaltete und zu einem gewissen Wohlstand für alle Stände führte. Dieser relative Wohlstand wurde durch verschiedene Umstände begünstigt. Erstens, das Klima war den Bauern wohl gesonnen. Zwischen 800 nach Christus und 1320 stellte sich nach der kalten Klimaepoche das Pessimum der Völkerwanderzeit, also circa 500 bis 800 nach Christus, auf der Nordhalbkugel das sogenannte klimatologische oder auch mittelalterliche Optimum ein. Das bedeutete für die Menschen, dass die lokalen Durchschnittstemperaturen wesentlich angenehmer waren, als es heute der Fall ist. Die historischen Berichte, die sozioökonomische Fakten beschreiben, sind aus dieser Zeit schon sehr zahlreich. Unter anderem ist verbreiteter Weinanbau in England zu jener Zeit belegt. Auch Grönland, wo sich 982 die Normanen niederließen, war nicht mit Eis bedeckt und es war leicht landwirtschaftlich nutzbar. Es war grün, weswegen es auch Grön, Grönland, grünes Land genannt wurde. Auch an der Ostseeküste konnte man in milden Wintermonaten Oliven ernten. Insgesamt muss es sich während dieser Periode um ein sehr landwirtschaftsfreundliches Wetter gehandelt haben. Zweitens, die wiederhergestellte Bauernfamilie. Die ehemaligen Sklaven, die unter den Knüppeln der Aufsäer in den landwirtschaftlichen Großbetrieben, den Latifundien, arbeiteten und die überlebenden Mitglieder der unterworfenen Stämme, wurden im Laufe der Konstituierung der feudalen Abgabenwirtschaft zu frohen Bauern und Leibeigenen gemacht und auf weit verstreuten Höfen angesiedelt. Sie hatten nun mehr individuelle Freiheiten und konnten ein gewisses Eigeninteresse daran entwickeln, sich fortzupflanzen. So hielten sie quasi durch sich selber eine stetige Produktion von Arbeitskräften in Gang. Drittens, technische Innovationen. Es gab in der damaligen Zeit verschiedene technische Verbesserungen und Neuerungen, die die landwirtschaftliche Produktion verhältnismäßig effektiv machte. Es handelte sich im Wesentlichen um den schweren Wendepflug auf Rädern, die Drei-Felder-Wirtschaft und die Integrierung des Pferdes mit Zaumzeug und Hufeisen als Zugtier in die Landwirtschaft. Diese drei Faktoren steigerten die landwirtschaftliche Produktivität enorm. Viertens, die nicht sehr zahlreichen nicht erbenden Söhne der wohlhabenden Bauernschaft wurden für die Besiedlung zweitklassiger und abseitsgelegener Böden ausgerüstet. Ihnen wird als Anreiz die faktische Eheschließung und die Familiengründung erleichtert. All diese Faktoren führen insgesamt zu einem Anstieg der Bevölkerungszahl im Jahr 1000 von 38,5 auf 73,5 Millionen Menschen im Jahr 1340. Der langsame, aber stetige Anstieg der Bevölkerung war von einem Lebensstandard begleitet, der auch für die leibeigenen Bauern erträglich war. Während dieser Zeit des Mittelalters sah sich die katholische Kirche, entgegen ihren eigentlichen und ursprünglichen Ansichten und Ideologien kaum genötigt, wirklich hart gegen das freizügige und lockere Liebesleben der Abhängigen und Unterjochten einzuschreiten. Ganz im Gegenteil, unzählige Klöster waren die betriebsamsten Bordelle. In manchen Gegenden waren die Nonnenklöster die bevorzugten Absteigequartiere des Adels und der geilen Junker. Hier gab es in der Tat oft mehr Lust und Freude und ebenso viel schrankenlose Ausgelassenheit wie im Frauenhaus. Die eigentlichen Bordelle jener Zeit. Und es kostete dem einkehrenden Gast obendrein nichts, er brauchte nur mit seiner Potenz zu bezahlen. Die Beichte und der Beichtstuhl boten alle Voraussetzungen zur erfolgreichen Verführung einer Frau und zugleich die günstigsten, die es überhaupt gab. Aber eben nicht nur Orgien der Fantasie wurden in dem Beichtstuhl gefeiert, Millionen von Frauen haben dort unter Jocht von der Macht der Kirche über ihre Gemüter nicht nur ihre geistige, sondern auch ihre physische Unschuld verloren. So gab es ebenso viele Gemeinden, in denen nicht nur jedes mannbare Mädchen, sondern überhaupt jede Frau, die noch über irgendwelche körperlichen Reize verfügte, ausnahmslos zum heimischen Harem des amtierenden Priesters zählte. Es gab zwar die Ächtung von Verhütung und Abtreibung, allerdings wurde das locker gehandhabt. Auf Kirchenkongressen wurden vorehelicher Geschlechtsverkehr oder Prostitution als Unmäßigkeit eingestuft, ohne dass sich die Kirchenväter selber daran gehalten hätten. Während der Konzile und Kongresse, aber auch im Heiligen Rom oder wo sich sonst die kirchlichen Herren versammelten, trafen sich auch jede Menge Frauen, Prostituierte, die den Kirchenvätern stets zu Diensten waren. Die Kirche war regional an Frauenhäusern und Bordellen beteiligt und auf dem Kirchenkongress in Toledo 750 nach Christus hat man ernsthaft diskutiert, ab wann eine Frau eine Hure ist. Schon bei 40 Freiern oder erst bei 23.000? Auf ihre Weise haben die klerikalen Herren die Sexualfreudigkeit der Unterjochten abgewandelt und genutzt. Noch Luther konnte nicht zu Unrecht das Papsttum mit Hurerei gleichsetzen. Auch das formal strenge Kindestötungsverbot bedurfte keiner scharfen Beaufsichtigung, d.h. die Vermeidung oder Beseitigung unerwünschter Kinder wurde geduldet, solange es sich nicht um einen offenen Kindesmord handelte, solange der Moralreverenz erwiesen wurde. Das klingt brutal. Tatsächlich waren die mittelalterlichen Bäuerinnen in Sachen Fruchtbarkeit so weit souverän, dass sie, falls es doch zu einer unerwünschten Schwangerschaft kam, ein nicht gewolltes Kind nach der Geburt wieder sanft ins Jenseits hieven konnten. Das geschah wohl überlegt, sanft und immer abgesprochen mit der Mutter, mit Hilfe der lokalen Hexenhebammen und wurde vom Kreis der anverwandten erwachsenen Frauen der Mutter flankiert. Krüppel z.B. akzeptierte man nie, sie wurden generell wieder zurückgeschickt. Diese Haltung bedeutete aber eben auch, es gab keinen unerwünschten und infolgedessen vernachlästigten und psychisch deformierten Nachwuchs. Die Fruchtbarkeit der Frau und die Pflege von körperlicher sexueller Lust gehörten noch zu den Verfügungsbereichen der unterjochten Bevölkerung, insbesondere der Frauen. Der kollektive Selbstzwang zur Vermeidung körperlicher Lust, wie das erst seit über 200 Jahren in Europa üblich ist, war damals noch nicht entwickelt. Es war auch gesellschaftlicher Usus, dass nur dort Kinder geboren werden, wo ihnen auch eine wirtschaftliche Zukunft versprochen werden konnte. Alles andere galt als verantwortungslos. Kinderkriegen war eben keine individuelle Angelegenheit, sondern eine Frage, die die Gemeinschaft und die Zukunft der Gemeinschaft betraf. Vergleichbare soziale Praktiken finden wir weltweit bei unterschiedlichsten Ethnien, wie z.B. den nordamerikanischen Indianern, wo z.B. auch die Frauen nicht wahllos und planlos einfach Kinder in die Welt setzten, wie das heute z.B. in den Industriestaaten in Gang und Gäbe ist. Wenn die Population sich einfach verdoppelt hätte, wie das mehrfach in Europa vorkam, hätte das in absehbarer Zeit Krieg mit dem Nachbarstamm bedeutet, weil natürlich die Ressourcen, also Wild, Wald und Gärten, begrenzt waren. Dieses alte Verständnis von Verantwortlichkeit der Bäuerinnen und Bauern für die nächste Generation wurde ebenfalls im Laufe der Hexenverfolgung kaputt gemacht und aus den Köpfen und Herzen der Menschen verbannt. Die konkrete individuelle wirtschaftliche Verantwortung für die geborenen Kinder wurde in einer abstrakten, fiktiven, moralischen Verantwortung vor Gott verwandelt. Das Mittel dazu waren z.B. Propagandaschriften für die Eltern, speziell an die Frau gerichtet. Die propagandistische sogenannte Heilung des Lebens, allerdings nur des ungeborenen Lebens, war das alles übergreifende Motto der Hexenhebammenverfolgung. Die Frucht galt als Gotteswerk und heilig und musste unter allen Umständen geschützt werden, selbst wenn dafür Millionen von Frauen Hexenhebammen dabei verbrannt werden mussten. Das gleichzeitig entstehende Bürgertum garnierte letztendlich diese von der Oberschicht gewollte faktische Verantwortungslosigkeit gegenüber den Kindern mit der romantischen Vorstellung vom Mutterglück, der einzigen Bestimmung der Frau und der bürgerlichen Kleinfamilie als Kleinod in dieser schlimmen Welt. Siehe z.B. auch die Arbeiten von Rousseau, Auszüge davon im Anhang Rousseau. Was war die Pest? Es gab zwei verschiedene Pestarten. Die eine, manchmal nicht-tödliche Beulenpest und die andere nahezu 100% tödliche Lungenpest. Nach der Infektion durch infizierte Flöhe, die auf den Ratten saßen, oder durch Tröpfcheninfektion, wie beim Schnupfen, dauerte es bei der Beulenpest zwei bis fünf Tage und bei der Lungenpest eins bis zwei Tage bis zum Ausbruch der Krankheit. Das erste Anzeichen war hohes Fieber, Kopfschmerz und Lichtscheu. Bei der Beulenpest setzte schlagartig Schüttelfrost ein und die Lymphknoten, besonders in den Leisten und Achselhüllen, verfärbten sich blutig und begannen nekrotisch faulende Vergrößerungen zu bilden, die Beulen. Die Lungenpest entwickelte sich rasch zu einer Bronchitis, dann zu einer Lungenentzündung mit blutigem, hochinfektiösem Auswurf, gefolgt von Kurzatmigkeit, bläulicher Verfärbung der Haut infolge Sauerstoffmangels und Kreislaufversagen. Es kommt zu heftigen Blutergüssen in Brust-, Bauchfell- und Herzbeutel und meistens sehr rasch der Tod. Die Pesterreger sind unbewegliche Stäbchenbakterien. Sie werden durch Ratten verschleppt, von denen sich ihrerseits Flöhe infizieren können. Bedeutsam ist, dass die Keime in verendeten Tieren und auch im Auswurf über mehrere Wochen infektiös sind. Nach Zustandekommen einer Infektion beim Menschen war die Lungenpest wegen der direkten hochgefährlichen Tröpfchen-Infektion sehr gefürchtet. Es genügten schon minimale Infektionsdosen, um den hochvirulenten Keim angehen zu lassen. Die Pest und ihre sozialen Folgen Doch kam die ökonomische Prosperität des Mittelalters, die fortgesetzte satte Reichtumsgewinnung für die klerikale und adelige Schicht ins Stocken, ja wuchs zu einer markerschüttenden Krise an, als ein Drittel der Bevölkerung im Lauf des 14. Jahrhunderts an dem Schwarzen Tod, an der großen Pest, verstarb. Die Ursachen für die Pest und den Niedergang der Bevölkerung waren die folgenden. Es gab eine drastische Klimaverschlechterung. Von 1305 bis 1880 war das Wetter von der sogenannten kleinen Eiszeit geprägt. Die Bauern konnten sich auf diese abrupte Änderung des Wetters nicht sofort einstellen. Der Anfang des 14. Jahrhunderts war gekennzeichnet von extrem kalten und regnerischen Phasen, besonders während der Erntezeiten, zum Beispiel 1315 und bis 1318. Da sich zudem die Böden erschöpft hatten, führte das zu großen Ernteeinbußen, schließlich zu einer Ernährungskrise und zu Hungersnöten. Die schlecht genährten Menschen konnten der in diesem Jahrhundert periodisch auftauchenden Pest keinen großen Widerstand leisten. 1348 war das katastrophalste, aber nicht das letzte Pestjahr im 14. Jahrhundert. Es kann als sicher gelten, dass von der Zahl der Toten her gesehen diese Pest alle Katastrophen übertraf, die Europa in den letzten tausend Jahren erlebte. Diese Katastrophe war bei weitem größer als die der beiden Weltkriege dieses Jahrhunderts zusammengenommen. In England starben 60% der Bevölkerung und in manchen Regionen gab es nur noch Besitzende mit Eigentumstitel ohne die dazugehörigen leibeigenen Bauern. Man kann sich leicht den Einbruch in den gewohnten Lebensstandard, zum Beispiel in den kirchlichen Besitztümern, vorstellen, wo etwa die Hälfte der Arbeitskräfte fehlte. Der Arbeitskräftemangel führte dazu, dass kirchliche und weltliche Besitzende um Arbeitskräfte konkurrieren mussten, die gerade aufgrund ihrer relativ geringen Zahl mehr Lohn und mehr Freiheiten verlangen konnten. Das feudale System war durch die Aufstände der Leibeigenen und Bauern erschüttert. In England brach schon 1381 das System der Leibeigenschaft zusammen. Das führte dort zu einer gänzlich anderen Produktionsweise, dem Agrarkapitalismus. Es gab jedoch auch noch andere Folgen des Arbeitskräftemangels. Wo immer es möglich war, versuchte man, die Ausnützung der angestellten Bauern und Arbeiter zu verschärfen. Die Zeiteinteilung begann eine Rolle zu spielen. Es verstärkte sich die Tendenz, Arbeiten und Arbeitskräfte durch neue Erfindungen, durch neue Innovationen und Rationalisierungen überflüssig zu machen. Der Erfindungstechnik- und Wissenschaftsboom, unter dem wir heute auch noch leiden, hat hier seine Wurzel und wird später zu einer wesentlichen Voraussetzung der Industrialisierung. Buchdruck, Dampfmaschine, Linsen, Kanonen, Uhr, hochseetaugliche Boote mit Hanftakelage. Die zentrale Antwort der Grundherrenklasse war der Versuch, wieder Kontrolle über die Bäuerinnen und Bauern zu gewinnen oder auszuweiten. Der mörderische Charakter der katholischen Kirche vor der Hexenverfolgung Da die Kirche als größter Großgrundbesitzer besonders hart von der Krise betroffen war, spielte sie eine Vorreiterrolle bei der Organisierung von Maßnahmen, die dieses feudale Ausbeutungssystem stabilisieren sollten. Den Charakter der katholischen Kirche darf man aber nicht verwechseln mit mildtätig dreinschauenden Heinz-Rühmann-Gestalten, die sich in almosensammelnder Weise um verlorengegangene Söhne kümmern. Im Mittelalter entwickelt sich die katholische Kirche zu dem alles beherrschenden politischen und wirtschaftlichen Faktor Nummer 1, der im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi und unter Berufung auf die Bibel die ungeheuerlichsten Unmenschlichkeiten und Bluttaten begeht. Im 4. Jahrhundert, als das Christentum aus der Rolle der verfemten Minderheit zur privilegierten Staatsreligion umfunktioniert wurde, wurden erst einmal die Freiheiten und Rechte der Nichtchristen sowie der nichtkatholischen christlichen Minderheiten beschnitten. Als 380 die katholische Kirche zur alleinberechtigten Staatskirche erklärt wurde, musste fortan jeder römische Bürger orthodoxer Christ sein. Heidentum und Ketzerei galten als Staatsverbrechen. Besuch heidnischer Tempel oder Opfergaben wurden mit Todesstrafe oder Verbannung belegt. Christliche Rollkommandos, Mönche, Bischöfe und Laien stürmten und plünderten heidnische Kultstätten. Die innerrömische Christianisierung fand ihren Abschluss unter dem byzantinischen Kaiser Justinian I., 527 bis 565, der die Zwangstaufe befahl, die Todesstrafe erneuerte und alle heiden- und nichtkatholischen Christen für rechtlos erklärte. Damit war ein totalitäres Regime errichtet, das Europa in den nachfolgenden christlichen Jahrhunderten prägen sollte. Der entscheidende Grundtypus kirchlicher Auseinandersetzung war der Kreuzzug. Seine Ideologie, entweder bedingungslose Unterwerfung der Nichtchristen unter die politische und ökonomische Herrschaft der Christen mit nachfolgender Taufe und kirchlicher Indoktrination oder, ebenfalls in Gottes Namen, Ausrottung. Die sieben großen Orientkreuzzüge waren religiös verbrämte Eroberungskriege, die vor allem den wirtschaftlichen Interessen der oberitalienischen Städte, Venedig, Pisa, Genua, sowie der politisch-ökonomischen Machtgier der Ritter, Fürsten, Könige und Päpste entsprangen. Objektiv dienten sie der kolonialen Unterwerfung und Ausbeutung der zu derzeit relativ friedlich lebenden nahöstlichen Stämme. Die Gewinne der christlichen Waffenhändler, die selbstverständlich auch an die Mohammedaner lieferten, schnellten in die Höhe. Die Nachschublieferanten machten die größten Geschäfte ihres Zeitalters. Zimperlich waren diese Herren, auch vor der Hexenverfolgung, mit ihren Feinden nie. Ganz im Gegenteil. Über den Blutrausch der Kreuzfahrer bei der Eroberung Jerusalems im Jahre 1099 steht in den Gesta Francorum folgender Augenzeugenbericht. Bald flohen alle Verteidiger von den Mauern durch die Stadt und die Unsrigen folgten ihnen und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedersäbelnd, bis zum Tempel Salomons, wo es ein solches Blutbad gab, dass die Unsrigen bis in den Knöcheln im Blut warteten. Bald durcheilten die Kreuzfahrer die ganze Stadt und rafften Gold, Silber, Pferde und Maulesel an sich, sie plünderten die Häuser. Dann, glücklich und vor Freude Kreuzzug, als die Verhandlungen weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren. Richard Löwenherz ließ beim Dritten mit Saladin Stockten zwei bis dreitausend muslimische Gefangene massakrieren. Die Gedärme der Leichen wurden nach verschlucktem Gold durchwühlt, schließlich verbrannte man die Leichen, um wenigstens in der Asche Gold zu entdecken. Bekannt ist auch der Wendenkreuzzug von 1147 sowie die Tätigkeit des Deutschritterordens, über den der katholische Historiker Hans Kühner zusammenfassend schreibt, dass er nominell ein geistlicher Orden zur Missionierung heidnischer Ostprovinzen war, während es sich in Wirklichkeit um eine großkapitalistisch organisierte, barbarische Militärdiktatur größten Stils handelte, dessen Hauptbeschäftigung Völkermord an Heiden war. Dank ständiger Eroberungskriege und eines ausgeklügelten Steuersystems hatte sich das Papsttum im ausgehenden Mittelalter zur reichsten Finanzmacht Europas hochgeräubert. Papst Johannes XII. 1316 bis 1334 beispielsweise verbrauchte seine Einnahmen wie folgt. 63,7% für seine Kriege, 12,7% für Beamtengehälter, 7,1% für Almosen, wozu auch kirchliche Neubauten und Missionzelten, 3,3% für Kleidung, 0,17% für Schmuck, 2,9% für Bauten, 2,5% für Küche und Keller, 4% für Freunde und Verwandte. Das alles wurde von der christlichen Vorstellung flankiert, nach der alle Missstände und Konflikte unter den Menschen eine Folge ihres Ungehorsams gegen Gottes heiliges Gebot sind. Zu Hause sahen die christlichen Verhältnisse ähnlich barbarisch aus. Neben der Leibeigenschaft bestand während des gesamten Mittelalters die Sklaverei fort. Diese Sklaven waren angewiesen, ihre Besitzer als Abbild Gottes zu verehren. Päpste und Bischöfe, Prelaten und Klöster verfügten über tausende von Sklavinnen und Sklaven, die die riesigen Güter beackern mussten. Entlaufene wurden unerbittlich gefangen, zurückgebracht und mit eisernen Halsringen, auf denen christliche Symbole angebracht waren, versehen. Das Kirchenrecht führte alle Sklaven als Gegenstände unter der Rubrik Kirchengut auf. Menschenmaterial. 1179 wurde auf dem dritten Laterankonzil allen Gegnern des römischen Papsttums die Sklaverei angedroht. So verhängten die Päpste 1309, 1482, 1506 gegen Venedig und 1508 gegen ganz England die Sklaverei, wenn auch die Strafen nicht durchgeführt werden konnten. Als Zuchtmittel, so die katholische Rechtfertigung, hat Gott Unter- und Überordnungen verhängt, aus der sich Obrigkeit und Sklaverei herleiten. Dieser Zustand wird bis zum Weltende und kann, eben weil das Böse in den Menschen selbst steckt, nicht aufgehoben werden. Alle derartigen Versuche gelten als Frevel. Kleiner Exkurs. Auch den, in Anführungszeichen, Indianern Amerikas wurde an jedem Strand feierlich folgende frohe Botschaft, die sogenannte Konquistadoren-Proklamation, vorgelesen. Gott, der Herr, hat dem Petrus und seinen Nachfolgern die Gewalt über alle Völker der Erde übertragen, sodass alle Menschen den Nachfolgern Petrige horchen müssen. Nun hat einer dieser Päpste die neu entdeckten Inseln und Länder Amerikas mit allem, was es darauf gibt, den spanischen Königen zum Geschenk gemacht, sodass also ihre Majestäten Kraft jener Schenkung Könige und Herren dieser Inseln und des Festlandes sind. Ihr werdet nunmehr aufgefordert, die heilige Kirche als Herrin und Gebieterin der ganzen Welt anzuerkennen und dem spanischen Könige als eurem neuen Herrn zu huldigen. Andernfalls werden wir mit Gottes Hilfe gewaltsam gegen euch vorgehen und euch unter das Joch der Kirche und des Königs zwingen. Wir werden euch euer Eigentum nehmen und euch, eure Frauen und Kinder, zu Sklaven machen. Zugleich erklären wir feierlich, dass nur ihr an dem Blut und an dem Unheil schuld seid, das dann über euch kommen wird. Die katholische Kirche als Wirtschaftsimperium und größter Großgrundbesitzer Europas war auch schon vor dem 14. Jahrhundert, vor dem Start in die Hexenverfolgung, in wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten, in eine Art Legitimationskrise, geraten. Nach den Kreuzzügen ins Heilige Land, die Unsummen von Geld verschlangen, siedelten die Päpste wegen Territoriumsschwierigkeiten in Italien, von Rom nach Avignon. Von dort aus wurde wieder sehr viel Geld für Kriege und einen absolut verschwenderischen Lebensstil ausgegeben. Das erhöhte nicht unbedingt das Ansehen der Kirche. Die Suche nach neuen Geldquellen führte immer häufiger zu materiellen Kirchbußen. Der sogenannte Ablass wurde nicht mehr nur gegen fromme Taten und reuiges Verhalten, sondern zunehmend gegen Spenden und dann bald nur noch gegen Bargeld gewährt. Das wuchs schließlich zu den Zuständen aus, die Anstoß für die Reformation wurden. Jeder, der in seinen Ansichten auch nur im geringsten vom kirchlichen katholischen Denkschema abwich, wurde von den Päpsten als Gefahr erkannt. Die Kirche war nicht gewillt, ihre Lehren, egal welcher Art, neben sich zu dulden. Die katholischen Gelehrten Ausgestattet mit dem Vollgefühl göttlicher Legitimation und einer barbarischen Skrupellosigkeit schliffen die theoriebildenden und paramilitärischen Orden, also hier die Dominikaner, später die Jesuiten, für die Ausbeutungsinteressen der Oberschicht immer die passenden ideologischen, manchmal religiös verbrämten oder auch juristischen Werkzeuge, um gegen jede Art unliebsamer Kritiker und Gegner vorgehen zu können. So hatte man sich schon vor der Hexenverfolgung im Kampf gegen Abtrünnige, also Heretiker, Katarer, Patarener, Manichäer, Apostoliker, Templer oder einfach Heiden, ein Instrumentarium zugelegt, das es in sich hatte. Im Jahr 1184 führte Papst Lucius III. gegen die Heretiker die bischöfliche Inquisition ein. Zu den bis dahin geltenden Anklageprozessen waren nun Strafverfahren möglich, in denen die Richter geheim und ohne öffentliche oder private Klage von Amts wegen ermitteln konnten. Dieses spezielle Verfahren wurde 1215 gegen die Albigenser, auch eine Sekte in Anführungszeichen, angewendet. Tausende wurden umgebracht, auch Frauen und Kinder. Weil man befürchtete, dass es vielleicht auch anderswo noch freidenkende Abtrünnige gab, wurde 1232 die päpstliche Inquisition eingeführt und verfeinert. Die Denunzianten blieben vor dem Angeklagten unbekannt. Die Angezeigten wurden von der Inquisition vorgeladen und sofort verhaftet, Verteidiger wurden in Inquisitionsprozessen nicht zugelassen. Papst Innocent IV. erlaubte, von 1252 an, die Anwendung der Folter. Wie die ökonomischen Interessen der Kirche den individual-ökonomischen Interessen der Frauen widersprechen. Der Bevölkerungsrückgang durch die Pest berührte den sozialen Status der leibeigenen arbeitenden Bevölkerung nicht. Für die parasitäre, kirchliche und adelige Grundherrenschicht stellte sich der Bevölkerungsschwund allerdings ganz anders dar. Sie verfügten erst einmal über zahlenmäßig weniger oder über zu wenig Arbeitskräfte, um ihren erlauchten Lebenswandel weiterführen zu können. So verlieren etwa die Kirchengüter während der großen Pest in England 50% ihrer männlichen Bauern über 20 Jahren. Es fehlte auch an Personal, um die notwendigen Eroberungskriege zu führen. Außerdem mussten die Grundherren nun auch noch um die verbliebenen Arbeitskräfte buhlen, da es mehr herrschaftliche Nachfrage als Arbeitsangebote gab. Das wiederum nutzten die in leibeigener Knechtschaft verbliebenen Menschen aus, um mehr Freiheiten zu erringen. Siehe Bauernaufstände in England 1381, in Deutschland 1525. Oder es führte zumindest dazu, dass die Preise für die Arbeit kräftig anstiegen. Für die Grundherrenschicht, also die reichen Säcke, musste für diesen Bevölkerungsniedergang eine Lösung gefunden werden. Aber diese Krise der Reichtumsgewinnung konnte nur durch einen schnellen Anstieg der Bevölkerungszahl gelöst werden. Und das konnte nur durch vermehrte Gebärtätigkeit der verbliebenen Frauen geschehen. Diese hatten aber keine Lust dazu. Das übliche Verantwortungsgefühl der damaligen Zeit ließ die Menschen nicht mehr Kinder in die Welt setzen, als sie wirtschaftlich, individual, ökonomisch vertreten konnten. No land, no marriage. Kein Land, keine Subsistenz, keine Selbstversorgung der Kinder bedeutete keine Heirat. Das bedeutete aber noch lange nicht keine Sexualität. Außerdem war es jedem und ganz besonders den Frauen bewusst, dass das Kinderkriegen und die Aufzucht des Nachwuchses erst einmal viel Arbeit bereitet und nicht einfach nur eine romantische Story ist, wie viele Frauen es in den europäischen und US-amerikanischen Metropolen glauben. Die Romantisierung der Mutterschaft und die Ausrichtung der Frauen aufs Gebären, weil sie ja ansonsten keine richtige Frauen sind, das denken heute viele abgerichtete Frauen, die Leugnung der Arbeit, die mit der Mutterschaft, der Kindbetreuung und dem Haushalt verbunden ist und die gleichzeitige Darstellung dieser Arbeit als nicht zu honorierende Liebe oder als schicksalshafte Natur der Frau, so wie wir das heute in unseren Köpfen herumtragen, das alles sollte ja erst noch kommen. Dies veranlasste die der herrschenden Schicht treu ergebenen dominikanischen, scholastischen, männlichen Wahrheitsfinder, die Dominikanermönche und Verfasser des Hexenhammers auch prompt zu bemerkenswerten psychologischen Erkenntnissen, was die Eigenart der Frauen betrifft. Zitat Was außerdem ihren Mangel an memorativer Kraft sich erinnern können, besonders an das, was der Herr sagt, anlangt, da es ihnen ein Laster von Natur aus ist, sich nicht regieren zu lassen, sondern ihren Eingebungen zu folgen, ohne irgendwelche Rücksicht. Das zeigt, dass das Weib sich nicht lenken lassen, sondern nach eigenen Antrieben vorgehen will. Andererseits lässt sich das Weib durch den Geist des Stolzes zu allem Übermut entflammen. Zitat Ende Also, die Unlust der Bauernfrauen, unentgeltlich und gegen ihre eigenen Interessen für die Grundbesitzer Mehrarbeit zu leisten und Kinder zu kriegen und ein zusätzliches gesundheitliches Risiko durch die Schwangerschaft in Kauf zu nehmen, entwickelte sich für die herrschende Männerschicht zu einem Problem, das schlechterdings bewältigt werden sollte. Die Hexenhebammen, Weisenfrauen, Kräuterfeen und Baderinnen waren die Anwälte, die unentbehrlichen Verbündeten derjenigen stolzen Frauen, die ihre Fruchtbarkeit selber bestimmen wollten und konnten. Sie waren mit ihrem tradierten gynäkologischen Verhütungs- und Abtreibungswissen für Verliebte, für im Konkubinat, also Liebesgemeinschaften zwischen Knecht und Magd, Lebende, für unverheiratete Mägde und Knechte, für die sexualaktiven Jugendlichen, für die Badehausgäste, für die Prostituierten, aber auch für die Verheirateten und ungewollt Schwangere, die besten Garanten für eine folgenlose, d.h. fortpflanzungsfreie Genusssexualität. Zudem waren solche mit den alten Traditionen verbundenen Frauen und Männer auch die Träger jener heidnischen, abergläubischen sozialen Opposition gegen die römische Kirche und ihren Herrschaftsansprüchen. Sie also geraten im Laufe des Bevölkerungs- und Arbeitskräftenniedergangs im Laufe des 14. Jahrhunderts zunehmend in das Visier der theologischen, skolastischen Theoretiker und ihrer Schergen. Wie die Hexenjäger ihre Fantasien als wissenschaftliche Erkenntnisse ausgeben Hatte schon der Kirchenlehrer Origenes, der Stahlharte, 185-254 n. Chr., sich besonders eifrig für die geschlechtliche Enthaltsamkeit stark gemacht, um nicht mit den Gefäßen der Sünde, wie man die Frauen nannte, in Berührung zu kommen, so diskutiert eine kirchliche Synode in Gallien im 6. Jahrhundert darüber, ob die Frau überhaupt ein Mensch sei. Schmähte Thomas von Aquin die Frau als verfehlten Mann und sprach er vom Gebrauch der notwendigen Dinge, der Frau, die für die Erhaltung der Art notwendig ist, oder der Nahrung und der Getränke. Die Frau wurde geschaffen, um dem Mann zu helfen, aber einzig bei der Zeugung, denn bei jedem anderen Werk hat der Mann bei einem anderen Mann eine bessere Hilfe als bei der Frau. Spricht schon das Alte Testament von dem menschlichen Körper als dem Leib der Niedrigkeit, siehe Philister 3,21, und droht, unseren Bauch wird Gott zunichte machen, 1. Buch Korinther, Kapitel 6, Vers 13. So machte jetzt die Inquisition ernst damit, nun auch den Bauch, also die emotionale Empfindungsfähigkeit, der allgemeinen Bevölkerung zunichte zu machen. Das Wort Hexe leitet sich aus dem altdeutschen Hagazusa, die Zaunreiterin, ab. Gemeint sind die Reiterinnen des Zaunes zwischen den Welten, die Experten für das Diesseits mit Antennen für das Jenseits. Kräuterkundige, die mit ihrem Wissen und Gespür für die Kräfte der Pflanzen und den physiologischen Eigenschaften der Menschen entscheidend die Empfängnis ungewollter Schwangerschaften mitverhüteten. Diejenigen, die mit ihrer Sorgfalt und Intuition als Hebammen den Wesen aus der unsichtbaren Welt als Neugeborene auf diese Welt halfen. Diejenigen, die mit den Müttern und Verwandten bestimmen, ob ein Kind lebensfähig sein wird oder nicht. Und falls man befand, dass das Kind nicht die Stärke haben würde, die Stürme des Lebens als glücklicher Mensch zu überstehen, war sie Hagazusa, die es wieder sanft ins Jenseits führte. Sie waren es auch, die als weise Frauen, die sexuelle Ekstase als wesentlichen Teil eines körperlichen und mentalen Wohlergehens bei den Menschen pflegten. Und sie waren es, die die unergründbaren Geheimnisse, nicht nur der menschlichen Natur, nicht zu enthüllen suchten, sondern sich schickten, die vorhandenen Potenziale zum Erblühen bringen zu wollen. Hagazusa, Venficia, Striege, Medizinerinnen, Schamanen, wissende, weise Frauen und Männer, Brauchweiber. Über den Ursprung des Namens Hexe von Gernot L. Geise aus der Ursprung der Hexen in Tattwa Viveka Nummer 8, Seite 8 bis 13. Aus der alten Bezeichnung Aktistis, also der Vorgängerin der Kybele, 200 v. Chr., soll sich die Bezeichnung Haggediese entwickelt haben. Allerdings wird das Wort im Deutschen fälschlich mit Heckenreiterin übersetzt. Das liegt daran, dass die althochdeutschen Wörter Hagzissa oder auch Hagazusa und Tunrita, die Zaunreiterin, auch altisländisch Tunrita, miteinander in Verbindung gebracht und vermischt wurden. Das Wort Haggediese spaltet sich auf in Hagia, die Heilige, und diese, Göttliche. Das Wort Diusa, Tiusa, kann nicht von Zaun abgeleitet sein, denn das Grundwort Diotin bedeutet deuten, erzählen, auslegen, diagnostizieren. Das war der wirkliche Sinn einer Diese. Demgegenüber steht der Zaun gleich Tun. Aus diesem Wort entwickelte sich das uns aus dem heutigen Englisch bekannte Wort Town. Haggediese. Diese beiden Begriffe wurden auf weise, wissende, kräuterkundige Frauen ebenso angewandt wie für die pharmazeutische geschulte Priesterin und Hüterin des Tempels. Haggediese bezeichnet eine Frau, die im Hag, im Heiligen lebte, im Gesträuch des Geheges, das die Innen von der Außenwelt trennte. Da dieses Gebiet seit jeher Tabugebiet war, wurde es aus Unwissenheit in den Zwischenbereich an der Grenze zur normalen Realität gerückt, wo der Bereich des Übernatürlichen und des Spuks beginnt. Im frühen Mittelalter wurde aus der Hagia die Haksche und Haxe. Diese Begriffe waren bereits sehr abwertende Benennungen. Sie bezeichneten das in der Natur des Waldes hausende Kräuterweiblein, dem nicht nur die Heilsubstanzen, sondern auch die Gifte der einzelnen Kräuter bekannt waren. Die Haxe war mit dem alten Wissen um die Natur vertraut und wusste genau, wie eine Dosierung der verschiedenen Kräuter zusammengesetzt sein musste, um heilend oder tödlich zu wirken. Wie der Name Haksche schon aussagt, befand sich der Tätigkeitsbereich dieser Frauen vorwiegend im Hag, also Hagen. Der Hag oder Hagen, gleich Zaun oder umzäunt, war ein rechtsfreier Raum, der meist im Ödland oder Unland lag. Das war ein Gebiet, das wegen seiner natürlichen Beschaffenheit landwirtschaftlich nicht genutzt werden konnte. Das Gelände war anscheinend vorwiegend von Heckenrosensträuchern, Hagenrose, eingehakt gewesen und galt für die Bevölkerung allgemein als Tabuzone. So weist die Bezeichnung der Frucht des Heckenrosenstrauches Hagebutte auch darauf hin, dass die Heckenrose eine Hagpflanze war, die einen Buttenplatz umgab. In Österreich heißt diese Frucht Hetschepetsch, Hetschallen, jemanden umsorgen, pflegen, umhegen. Dieses Ödland, der Hag oder Hagen, war meist ein Grenzgebiet oder diente später als Grenzmark. Auch noch nach der Christianisierung wurde die Haxe bis ins hohe Mittelalter zur Krankenheilung und bei Entbindung herbeigeholt und zur Rate gezogen. Selbst viele Geistliche baten sie bei Krankheiten um Rat. Über Haxe und Hexe entstand schließlich das Schimpfwort Hexe. Es war die Sammelbezeichnung für eine gefährliche, bösartige Frau, die es gewohnt war, mit Giften zu hantieren, um damit Schaden anzurichten. Die Bezeichnung Hexe war auch eine Art Schimpf gewesen, dass diejenige traf, deren Berechnungen, Handlungen und Verabreichungen oder Ratschläge nicht den gewünschten Erfolg hat. Es gab auch Männer mit derartigen Qualitäten, zum Beispiel Dr. Faust, die Figur, die Goethe später literarisch verarbeitete, um die man aber nicht so ein großes Aufsehen machte. Sie wurden entweder auch als Teil des Hexenwesens als mit dem Teufel Kumpanei betreibende Personen umgebracht oder mit einer Markierung am Ohr, als Schlitzohren der Stadt oder des Landes verwiesen. Die Gynäkologie blieb im Mittelalter den Frauen vorbehalten. Dort hatten die Frauen wohl keine Männer geduldet. Die Heckenrose von Richard Marbay aus Bei der Natur zu Gast Die Frucht ist ein orangenrotes, längliches Gebilde, das allgemein unter dem Namen Hagebutte, ein Männlein steht im Walde, bekannt ist. Sie wird bei manchen Formen bis zu drei Zentimeter lang und kann von Ende September bis November gesammelt werden. Die Früchte der wildwachsenden Rosen, die Hagebutten, sind der Star in der Erfolgsgeschichte der essbaren Wildarten. Als während des Zweiten Weltkrieges die Versorgung mit frischen Zitrusfrüchten nahezu zusammenbrach, besann man sich in vielen Gegenden wieder auf eine andere sehr wichtige Vitamin-C-Quelle, die Hagebutten. Schon lange vorher waren sie als bedeutende Vitaminlieferanten bekannt. Auch im Mittelalter, als die Kulturobstsorten ohnehin noch sehr selten waren, wurden sie schon zu Nachspeisen verarbeitet. Im Jahre 1934 fand man heraus, dass die hübschen Früchte der Rosen mehr Vitamin C enthalten als irgendein hochwertiges Obst oder Gemüse, zum Beispiel viermal mehr als Johannisbeeren und tatsächlich zwanzigmal mehr als gewöhnliche Orangen. Dass es Hexen wirklich geben müsse und dass sie mithilfe des Teufels tatsächlich Böses anrichten, zu dieser festen Überzeugung waren die am Ende des Mittelalters als Scholastiker bezeichneten Gelehrten, meistens Dominikanermönche, gekommen. Unter ihnen befand sich die geistige Elite der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Bonaventura, Roger Bacon. Schon vor dem durch die Pest verursachten Bevölkerungsniedergang im 14. Jahrhundert lehrte Albertus Magnus die Wirklichkeit der Maleficium Impotentiae, angeblich verursacht durch den Schadenszauber gewisser Hexen, fanden sich manche Herren der Schöpfung häufig impotent vor. Und das muss allerdings in diesen gelehrten Kreisen wirklich oft vorgekommen sein, denn, Zitat, über das Maleficium ex impotentiae haben alle Scholastiker nachgedacht und geschrieben. Zitat Ende. Jedes Übel, alle Schrecken der Zeit, schlechtes Wetter, Streit, Unfruchtbarkeit, Krankheiten und so weiter, wurden nun diesen Erkenntnissen nach dem Teufel und die ihm sexuell verfallenen Hexen zugeschrieben, der seinerseits über ein Heer von Dämonen und solchen Menschen verfügte, die ihm untergeben waren. Der Teufel war in der fantastischen Lage, so die scholastischen Erkenntnisse, in vielen Gestalten aufzutauchen, als Mann, als Frau, als Kind, als Katze, als Spinne, was immer er wollte, sogar als Nonne. Der Schadenszauber konnte allerdings nur geschehen, Zitat, infolge der verderblichen Gemeinschaft der Menschen und Dämonen, Zitat Ende, aus Hexenhammer, erster Teil, Seite 38. Das heißt, wenn die schadenbetreibende Person, zum Beispiel eine Hexe, vorher einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Unter allen Handlungen, die zu der Vervielfältigung solcher Pakte diene, sind zwei besonders wirksam, nämlich die mit dem Inkubi und dem Sukubi. Das heißt, der Geschlechtsverkehr des Teufels mit einer Frau, also Inkubi, gleich oben liegend, beziehungsweise des Teufels in Frauengestalt mit einem Mann, also Sukubi, gleich unten liegend. Zum Lohn für diesen gotteslästerlichen Pakt verlieh der Teufel ihnen, die Gabe zu zaubern. Jedoch wurde immer ein wirkliches Anhängen an den Teufel, also eine Absage an Gott unterstellt. Dieses wiederum galt als schwere Sünde, ja als Ketzerei. Thomas von Aquin fantasierte nun außerdem, dass es hierbei einen stillschweigenden, heimlichen und den ausdrücklich offiziell geschlossenen Pakt gab. So konnte man nun bei allen tradierten Bräuchen, bei Wahrsagern, Zauberern und auch bei den Kräuterhexen diesen stillschweigenden Pakt mit dem Teufel annehmen. Und dadurch konnten solche Personen und ihre von den scholastischen Theoretikern konstruierten Delikte der Schadenszauberei eine Angelegenheit der Inquisition werden. Das, was uns heute als spitzfindige Absurdität erscheinen mag, wurde von allen anerkannten Größen dieser Zeit als wissenschaftliche Erkenntnis ausgewiesen, ernsthaft vertreten, an den Universitäten gelehrt und von den Kanzeln gepredigt. Nun ein Kommentar aus dem Hexenhammer zu Frauen, die ihre Empfängnis verhüten wollen. Teil 1, Seite 99 Zitat Ein schönes und zuchtloses Weib ist wie ein goldener Reif in der Nase einer Sau. Zitat Ende Der Hexenhammer Von der Sexualpolitik im Dienst ökonomischer Interessen der herrschenden Eliten Obwohl ab 1360, dem Tiefpunkt des Bevölkerungsniedergangs, an verschiedenen Orten Europas, insbesondere Süddeutschland und der Schweiz, die Hexenverfolgung einsetzte, war noch lange nicht jeder Prediger und Kirchvater von der Gefährlichkeit der Hexen und ihres Tuns überzeugt. Vor 1360 gab es lediglich zwei kirchliche Erlasse zur Hexenverfolgung. Nach 1360 gibt es sehr viele kirchliche Dokumente, bis schließlich 1483 die endgültige Klarstellung für die Kleriker kommt. Diese Bulle, also ein kirchliches Gesetz, an das sich alle Kleriker zwingend halten mussten, Auch Hexenbulle, genauerer Titel, Bulle Apostolie Adversus Heresim Maleficarum genannt, segnet die mittlerweile schon sehr in Gang gekommene umstrittene Hexenverfolgung ab und ordnet sie für den gesamten kirchlichen Bereich an. Widerspruch dagegen wurde mit dem Tode bestraft. Drei Jahre später, 1487, erscheint der Maleus Maleficarum, der Hexenhammer, also ein quasi juristischer, theologischer Kommentar zur Hexenbulle. Dieses Buch begründet und koordiniert die Verfolgung und ebnet erst den Weg in den Wahn. Der Hexenhammer war eine Art Schlussstein eines Baus, an dem viele Jahrhunderte gebaut und gedacht wurde. Die Theorien, zunächst nur Fachgenossen vertraut und von ihnen von Geschlecht zu Geschlecht vererbt, stetig vertieft und verallgemeinert, mussten doch bald in die breiten Schichten des Volkes dringen, wozu die Predigten, die öffentlichen Hinrichtungen und der Buchdruck viel beitrugen. Alles, was wir heute im sozialen Zusammenleben als die emotionale Kluft zwischen Mann und Frau, aber auch so wesentliche Dinge wie den Verlust an pflanzlichen Verhütungsmitteln vorfinden, all das geht auf Maßnahmen zurück, die der Hexenhammer gewollt und koordiniert hat. Der Hexenhammer war eins der sexualpolitisch bedeutsamsten Bücher des Abendlandes. Die sozialen und moralischen Veränderungen, die das Buch induziert hat, sind mindestens so schwerwiegend wie die technischen Innovationen, die zur gleichen Zeit auf den Weg gebracht worden sind und die die Industrialisierung ermöglicht haben. Gleichzeitig ist der Hexenhammer ein Bericht über die Mentalität und die menschlichen Haltungen, die ausgerottet werden sollten. Zudem lassen sich die emotionalen Strukturen der Verfasser und einem Teil der verantwortlichen herrschenden Schicht erkennen. Getragen von akuten sexuellen Minderwertigkeitsgefühlen und Impotenzängsten resümieren die beiden Autoren des Hexenhammers, zwei Dominikanermönche, sogenanntes Wissen und Erkenntnisse vorheriger Gelehrter, die wohl ähnliche Grundgefühle gehabt haben müssen, über das Hexenwesen und formulieren ihren Hauptvorwurf gegen die Frauen, ihre sexuelle Geilheit. Die Autoren des Hexenhammers, Jakob Sprenger und Heinrich Institoris Kramer, wähnen und fantasieren allen Ernstes einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der sexuellen Lust der Frauen und den Übeln der damaligen Welt, wozu dann wahrscheinlich auch ihre sexuelle Impotenz gehörte. Alle Frauen seien potenzielle Teufelshuren, denen der Teufel die Fähigkeit, Maleficium, Schadenszauber zu betreiben, verleiht. Ganz besonders sauer sind die beiden Dominikanermönche auf Ehebrecherinnen, Huren und Konkubinen. Es seien die, die für die Erfüllung ihrer bösen Lüste mehr entbrennen als gewöhnliche Weiber. Und auf die Hepamen selbst, welche alle anderen an Bosheit übertreffen. Der damals amtierende, in Anführungszeichen unschuldige Papst, sein Name war ja Innocenz, formulierte in der nun maßgebenden und oben erwähnten Bulle die Verbrechen, gegen die man nun mit unnachgiebiger Härte zu Felde ziehen sollte, folgendermaßen. Zitat Gewisslich ist es neulich nicht ohne große Beschwerung zu unseren Ohren gekommen, dass in einigen Teilen Oberdeutschlands sehr viele Personen beiderlei Geschlechts ihre eigenen Seligkeit vergessend und von dem katholischen Glauben abfallend mit den Teufeln, die sich als Männer oder Weiber mit ihnen vermischen, Missbrauch machen und mit ihren Zaubertaten, Liedern und Beschwörungen und anderen abscheulichen Aberglauben und zauberischen Übertretungen, Laster und Verbrechen, die Geburten der Weiber, die Jungen der Tiere, die Früchte der Erde, verderben, ersticken und umkommen, machen und verursachen. Und selbst die Menschen, die Weiber allerhand groß und klein, Vieh und Tiere mit grausamen, sowohl innerlich als auch äußerlichen Schmerzen und Plagen belegen und peinigen, und eben dieselben Menschen, dass sie nicht zeugen, und die Frauen, dass sie nicht empfangen, und die Männer, dass sie den Weibern und die Weibern, dass sie denen Männern, die ehelichen Werke nicht leisten können, verhindern. Anmerkung des Autors oder die ehelichen Werke nicht leisten wollen, das heißt Unzucht betreiben, das heißt nicht anziehen wollen von Kindern, also späteren Arbeitskräften. Unzucht meint vor und neben eheliche Genusssexualität. Solchermaßen böse Menschen sollte es nun an den Kragen gehen und Sprenger und Institoris, die drei Jahre später als Verfasser des Hexenhammers auftauchen werden, wurden durch die päpstliche Anordnung, Bulle, als Oberinspekteure in Sachen Lustzerstörung, als Inquisitoren gegen das Hexenwesen eingesetzt und ausdrücklich für jede Schandtat autorisiert. Sie selber formulieren im Hexenhammer die Verbrechen, gegen die sie nun mit Mord, Folter und Scheiterhaufen vorgehen, folgendermaßen. Erstens, dass sie, die Hexen, die Herzen der Menschen zu außergewöhnlicher Liebe verändern. Zweitens, dass sie die Zeugungskraft hemmen, also Empfängnisverhütung oder Impotenz verursachen. Drittens, die zu diesem Akt gehörigen Glieder entfernen, also Impotenzängste. Viertens, die Menschen durch Gauklerkunst oder Zauberkunst in Tiergestalten verwandeln. Fünftens, die Zeugungskraft seitens der weiblichen Wesen vernichten, also Empfängnisverhütung. Sechstens, Frühgeburten bewirken. Siebtens, die Kinder den Dämonen opfern. Abgesehen von den vielen Schädigungen, die sie anderen Tieren Feldfrüchten zufügen. Zitat Ende. Ist es nicht erstaunlich, was die Nächstenliebe predigende römische Kirche als siebenfache Hexerei, als Verbrechen, Brandmarkt und Ausrotten lässt? Zitat Hexen sind imstande, die Gemüter der Menschen zu ungewöhnlicher Liebe zu fremden Frauen zu reizen und ihre Herzen so zu entflammen, dass sie durch keine Ablenkung, nicht durch Schläge, Worte oder Taten zum Ablassen gezwungen werden können. Dass sie gleichermaßen zwischen den ehelich verbundenen Hass erregten, dass sie nicht imstande seien, durch Gewährung und Erfüllung der ehelichen Pflichten für Nachkommenschaft zu sorgen, dass sie im Gegenteil bisweilen in tiefer Nacht durch weite Länderstrecken zu ihren Geliebten eilen müssen. Zitat Ende. Die beiden Dominikaner ordnen im Verein mit dem unschuldigen Papst – sein Name war ja Papst Innocenz VIII – die denkbar schwersten Strafen an, um diese Übel aus der Welt zu schaffen. Zitat Man beachte wohl, dass nach der Satzung des Kanon jeder, der einem Manne oder einer Frau etwas angetan, das er nicht zeugen und sie nicht empfangen kann, für einen Mörder gilt. Daher sind sie wie Mörder zu bestrafen, auch wenn sie reuig sind. Die Hexen aber, die durch Hexenkünste derlei bewirken, sind nach den Gesetzen aufs Härteste zu strafen. Zitat Ende. Nämlich durch die Todesstrafe durch Verbrennung nach einer entsprechenden sogenannten peinlichen Befragung, d.h. Folter. Durch Zauberei, Hexerei, Maleficium werden solcherlei Verbrechen ausgeführt. Infolge der verderblichen Gemeinschaft der Menschen und Dämonen. Infolge des oben erwähnten stillschweigenden Paktes mit dem Teufel würden die Frauen, wie bereits erwähnt, in die Lage versetzt, einen solchen Schadenszauber auch auszuführen. Das Weib ist besonders gefährdet, dem zu verfallen. Zitat Der Grund ist ein von der Natur entnommener, weil es fleischlicher gesinnt ist als der Mann, wie es aus den vielen fleischlichen Unflätigkeiten ersichtlich ist. Zitat Ende. Weiterer Grund, Zitat Warum bei dem so gebrechlichen Geschlecht diese Art der Verruchtheit, also Sex und Magie, mehr sich findet, als bei Männern ist. Zitat Ende. Das Weib ist im Guten, aber auch im Bösen maßlos. Sie zitieren aus der Bibel. Zitat Klein ist jede Bosheit gegen die Bosheit des Weibes. Prediger 25 Was ist das Weib anderes als die Feindin der Freundschaft, eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswertes Unglück. Zitat Ende. Seneca wird mit folgenden Worten ausgeführt. Zitat Sind das Weib alleine, dann sind es Böses. Andere führen noch andere Gründe an, weshalb sich die Weiber in größerer Zahl als die Männer abergläubisch zeigen, und zwar sagen sie, dass sie leichtgläubiger sind und weil der Teufel hauptsächlich ihren Glauben zu verderben sucht, deshalb sucht er diese auf. Der dritte Grund ist, dass ihre Zunge schlüpfrig ist. Immer wieder schreiben sie von der Begehrlichkeit des Fleisches. Selbst ein gutes Weib sei dem unterlegen. Zitat Aus der fleischlichen Begierde des Körpers kommen unzählige Schaden des menschlichen Lebens, so dass wir mit Recht sprechen können, wenn die Welt ohne Weiber sein könnte, würden wir mit Göttern verkehren. Will sagen, Ihr Anblick ist schön, die Berührung garstig, der Umgang tödlich. Denn sie sticht und ergötzt zugleich. Daher wird auch ihre Stimme dem Gesang der Sirenen verglichen, welche durch ihre süße Melodie die vorübersegelnden anlocken und dann töten. Suchen wir nach, so finden wir, dass fast alle Reiche der Erde durch die Weiber zerstört worden sind. Daher ist es auch kein Wunder, wenn die Welt jetzt leidet unter der Boshaftigkeit der Weiber. Das Weib aber ist ein heimlicher, schmeichelnder Feind, weil die Menschen nicht bloß gefangen werden durch fleischliche Lüste, wenn sie sehen und hören. Ihr Gesicht ist ein heißer Wind und ihre Stimme das Zischen der Schlange. Ein Netz heißt ihr Herz, das heißt, die unergründliche Bosheit, die in ihrem Herzen herrscht. Und die Hände sind fesselnd zum Festhalten. Wenn sie die Hand anlegt zur Behexung einer Kreatur, dann bewirken sie, was sie erstreben, mit Hilfe des Teufels. Schließen wir. Alles geschieht aus fleischlicher Begierde, die bei ihnen unersättlich ist. Dreierlei ist unersättlich und das Vierte, das niemals spricht, es ist genug, nämlich die Öffnung der Gebärmutter. Darum haben sie auch mit dem Teufel zu schaffen, um ihre Begierde zu stillen. Hier könnte noch mehr ausgeführt werden, aber dem Verständigen ist hinreichend klar geworden, dass es kein Wunder, wenn von der Ketzerei der Hexen mehr Weiber als Männer besudelt gefunden werden. Und gepriesen sei der Höchste, der das männliche Geschlecht vor solcher Schändlichkeit bis heute so wohl bewahrte. Da er in demselben für uns geboren werden und leiden wollte, hat er es deshalb auch so bevorzugt. Ein weiterer Kommentar aus dem Hexenhammer zur sexuellen Potenz des Teufels. Die Macht des Teufels liegt in den Länden der Menschen. Wer ist der Teufel? Ich habe auch immer kopfschüttelnd über die rege Fantasie der Hexenverfolger gestaunt. Was der Teufel doch für eine absurde Person ist, dachte ich. So ein Quatsch! Ich neigte dazu, die Figur des Teufels nicht ernst zu nehmen. Aber schon als ich mit dem Vorwissen von Wilhelm Reich, der auf die grundsätzliche Bedeutung der Sexualunterdrückung hinwies, und den Analysen von Heinsohn und Steiger, die dazu mahnten, den Text des Hexenhammers ernst zu nehmen und auf die klaren Absichten der Verfasser hinwiesen, das Verhütungswissen auszulöschen, las ich den Hexenhammer noch einmal und war erstaunt über die unverhohlenen, sexual unterdrückenden und kulturzerstörenden Absichten, die das Buch enthält. Aber die Figur des Teufels blieb mir trotz alledem unklar. Ich konnte sie nicht entziffern. Wer war der Teufel? Die zentralste Figur schlechthin, von dem alles Negative der Welt ausging. Dass die Frauen mit dem Teufel sexuell verkehren, also Inkubi gleich unten liegend, und dabei auch noch Höllen Spaß haben, fanden Sprenger und Institores, als sie sich die Frage beantworten wollten, Zitat, ob der Liebesgenuss mit den Inkubi angenommenen Körper größer oder geringer sei als mit Männern mit wahren Körpern. Zitat Ende. Sie kommen zu dem Schluss, dass, Zitat, jener tausend Künstler durchaus keine kleine Lust zu erwecken imstande ist. Zu allem Unglück scheinen ihm die Frauen niemals von dem Inkubi schwanger zu werden. Zitat Ende. Sie formulieren es schließlich so, Zitat, über die, welche der Lust ergeben sind, gewinnt der Teufel Gewalt. Zitat Ende. Außerdem haben sie in Erfahrung gebracht, Zitat, dass er auch unsichtbar den Menschen zum Sündigen anreizt. Zitat Ende. Aber ich verstand die Teufelsfigur trotzdem nicht. Ihn, den ich mir mit Hörnern, Hufe und Schwanz, Feuerrot oder Grasgrün oder irgendwie angebrannt vorstellte, war er, war diese Figur nicht identisch mit der Darstellung des antiken griechischen Gottes Pan, dem Gott der Wolllust? Dann las ich Dagmar Scherfs Buch »Der Teufel und das Weib«, in dem sie sich sehr ausführlich mit dieser sonderbaren Gestalt auseinandersetzt, und ich fand bei ihrer Spurensuche das letzte, für das Verständnis des Hexenhammers noch notwendige Puzzleteilchen zu meiner Frage, wer denn der Teufel sei. Ihre Antwort nach ihren Recherchen »Der Teufel ist der angstlose und der Frau zugewandte Mann« »Er ist es, der dem griechischen Gott der Wolllust zum Verwechseln ähnlich sieht. Oder anders ausgedrückt, so wie das Weib voller Boshaftigkeit, d.h. mit ihrer sexuellen Lust, sich mit ihm, dem Teufel, solidarisch fühlt, dann haben wir das verdammenswerte Schlechte an sich, die letztendlich wollüstige genitale Umarmung. Die befriedigende, üppige Genusssexualität wollten die beiden Propagandamönche des Dominikanerordens mit dem Hexenhammer unter allen Umständen diffamieren und verhindern. Sie schickten sich an, das zu vollbringen, was 400 Jahre vorher der heilige Romuald, gestorben 1027, sich gewünscht hat. Er hätte am liebsten, Zitat, »aus der Welt eine einzige Einsiedelei gemacht.« Zitat Ende. Nun ein Text von Gernot L. Geise Der Teufel war in vorchristlicher Zeit durchaus keine fiktive Person, sondern ein realer Mensch. Der Teufel war vor der Zwangschristianisierung offenbar ein durchaus ehrbarer Beruf gewesen, wie neuere Forschungen zeigen konnten. Der Teufel war in den vorchristlichen Gemeinden zuständig für die Unterhaltung des keltischen Nachrichtensystems, indem er als Hellmann oder Lohmann tätig war. Der Teufel, von Mittelhochdeutsch Tiuvel, Tiewel, gleich Waldleute, lebt im Bereich seiner Signalstation der Helle oder Hölle. Seine Aufgabe bestand darin, Nachrichten von anderen Hellplätzen zu empfangen und weiterzusenden. Im Falle eines feindlichen Angriffs entzündete er die Alarmfeuer, er blies in die Lutren, das heißt in die Lore, und warnte auf diese Weise die Bevölkerung. Daneben erfüllte der Teufel eine weitere höchst wichtige, aber unbeliebte Aufgabe, die niemand gerne erledigte, er verbrannte die Toten, aber niemals Lebende. Durch diese Tätigkeit war der Teufel ein Außenseiter der Gesellschaft und kam so gut wie nie mit der Bevölkerung zusammen. Er lebte im Tabugebiet des Unlandes. Bedingt durch die andauernde Arbeit am offenen, Signal- und Krematoriumsfeuer, stank er wie der Köhler und sah auch von seiner Erscheinung her nicht gerade einladend aus. Da er für die Bevölkerung lebensnotwendige Aufgaben erfüllte, musste er von ihnen mit Nahrungsmitteln und anderen Lebensnotwendigkeiten versorgt werden. Diese Abgaben legten die Dorfbewohner am Rande des Tabugebietes an bestimmten Stellen, Opfersteine, von wo sie sich der Teufel dann holte. Da auch die Hexen außerhalb des Dorfes im Umland lebten, waren Zusammenkünfte der Hexen mit den Teufeln naheliegend, schließlich hatten sie auch noch am längsten ihren heidnischen Götterglauben. Hinzu kam, dass die unnatürliche Brüderie und Verklemmtheit, die Leibfeindlichkeit des Christentums, ihnen unbekannt und widernatürlich war. Aus Der Ursprung der Hexen in Tadwa Viveka Nummer 8 Ein Zitat über die Frau aus dem Hexenhammer Seite 93 Erster Teil Das Geschlecht, in welchem Gott stets Großes schuf, um Starkes zu verwirren. Warum breitet sich der sexualfeindliche Hexenhammer so stark aus? Der Dominikanerorden war ein Predigerorden, eine der damaligen Zeit angepasste Propagandamaschine und eine katholische Hardcore-Initiative, die erzkatholische Grundsätze hochhielt, entsprechend abwandelte und vertrat. Sie überprüften im Auftrag des Papstes echten christlichen Glauben und das, was als Ketzerei gelten sollte. Sie waren auch diejenigen, die die Heiden missionieren wollten und im Zweifel auch in Gottes Namen töteten. Sie waren oft das Ausführungsorgan der kirchlichen Hierarchie und des jeweiligen Papstes. Sie wurden auch mit der Inquisition nicht nur gegen die Hexen beauftragt. Dominikaner waren es auch, die die wesentlichen Stücke des diffamierenden Hexenbildes kreiert und zusammengetragen haben und dann auch umsetzen durften. Die Hunde des Herren wurden sie in der Bevölkerung genannt. Sie waren der entscheidende ideologiebildende Bestandteil der herrschenden klerikalen Schicht. Zwei Beispiele für katholische Ideale Zitiert aus Deschner Das Kreuz mit der Kirche 1973 über Dominikus mit dem Beinamen der Gepanzerte Er bereitete sich durch die notwendigen Studien auf den Eintritt in den geistlichen Stand vor und empfing die Priesterweihe. Es gab dann einen Familienkrach über den er sehr sauer war, denn Zitat Um aber möglichst vollkommen für diesen Frevel zu büßen, wurde er Mönch und begab sich in die Einsiedelei in Umbrien. Hier übte er die strenge Abtötung und machte, weil er wenig in sich zu ertöten hatte, außerordentliche Fortschritte im inneren Leben. Die Nahrung der Einsiedler bestand aus Wasser und Brot. Nur am Donnerstag und Sonntag aß man gekochte Vegetablen. Zu den die regelmäßig während der kanonischen Tagzeiten vorgenommen wurde. Die ganze Woche war Silenzium. Nur an Sonntagen durften die Mönche in der Zeit zwischen den Mahlzeiten und der Komplet miteinander reden. Schon jahrelang hatte Dominikus ein eisernes Panzerhemd um seinen Leib getragen, das er nur zur Zeit der Geißelung auflöste. Keinen Tag verging, an dem er nicht zweimal das ganze Psalterium betete und während dieser ganzen Zeit seinem Körper mit beiden Händen Rutenstreiche gab. An Bußtagen, während der Fasten und bei außerordentlichen Gelegenheiten, dehnte er Gebet wie Bußübungen bis zu einem kaum glaubhaften Maße aus. Statt der Ruten nahm er später lederne Riemen, an denen eiserne Zacken befestigt waren, denn für die Rutenstreiche war er bereits unempfindlich geworden. Konnte er sich nicht zur Geißelung entblößen, so schlug er sich an die Füße, an den Hals und auf den Kopf. Alle diese Bußübungen schwächten ihn nicht, sein ganzer Leib trocknete und dortte aus und erhielt das Aussehen einem Mohren. Am 14. Dezember 1060 verschied er. Sein Andenken wird nach dem römischen Martyrium am 14. Oktober gefeiert. Zitat Ende. Dies stammt nicht aus dem Handwörterbuch für fortgeschrittene Masochisten, sondern aus der katholischen Theologie und ihre Hilfswissenschaften Freiburg im Breisgau 1884 Seite 1946 bis 1947. Aber Dominikanus ist kein absurder Einzelfall. Auch Dominicus de Guzman, Stifter des Dominikanerordens 1215, peitschte sich oft bis zur Bewusstlosigkeit. Überhaupt sollen sich die Dominikaner recht heftig selber geprügelt haben. Zweites Beispiel. Auch manche Nonnen standen solchen Praktiken nicht fern. Die französische Salesianerin Marie Alacoque 1647 bis 1690 trank zeitweise nur Waschwasser, aß verschimmeltes Brot, faules Obst, wischte einmal mit ihrer Zunge den Auswurf eines Patienten und beschreibt uns in ihrer Selbstbiografie das Glück, das sie empfand, als sie ihren Mund mit den Fäkalien eines Mannes gefüllt hatte, der an Durchfall litt. Für derlei Kotfetischismus durfte sie nachts lange das Herz Jesu küssen. Papst Pius IX sprach sie 1864 heilig. Herz Jesu Orden, Herz Jesu Andacht und Herz Jesu Fest gehen auf die in Anführungszeichen Offenbarungen dieser Nonne zurück. Die Verfasser des Hexenhammers waren ebenfalls Dominikaner Mönche. Ihre subjektive, durch eine asketische und sexualfeindliche Lebensweise gewachsene Realität hat ihnen wohl in der damals sehr liederlichen und sexual aktiven Zeit schwer zu schaffen gemacht. Impotenz, Minderwertigkeitsgefühle, Neid auf die sexuellen Genüsse und die Potenz anderer, Hass dagegen, Ärger gegen Frauen, die, wenn sie überhaupt begehrt wurden, wegen asketischer Ideale und akuter Impotenz nicht erreicht werden konnten und so weiter. Von diesen privaten Nöten der beiden Dominikaner mal abgesehen, gab es schon jede Menge Probleme. Man denke nur an die plötzlich eingetretene Wetterverschlechterung, an Ernteeinbußen oder an die Pest und andere Krankheiten. Die Erklärung für diese Unbill, die Sprenger und Co. plausibel machen wollten, war, dass all das auf den Schadenszauber der Hexen zurückzuführen ist. Dieser ihren privaten Schwanz, sondern auch alles Weltliche. Diese Schäden wurden durch das Böse, also übermäßige Geilheit, der Weiber verbreitet, die ja, um ihre Lust zu befriedigen, einen Pakt, also Geschlechtsverkehr, mit dem Teufel, also einem potenten zugewandten Mann, eingehen und dadurch in die Lage versetzt werden, den verbrecherischen Schadenszauber ausführen zu können. Die tatsächlichen Schäden trafen alle, sie waren Realität und der demagogische Anknüpfungspunkt für die Verfasser des Hexenhammers. Die emotionalen sexuellen Verhältnisse bei den Unterjochten müssten damals insgesamt um einige Qualitätsgrade derber und freizügiger und gesünder gewesen sein, als wir das heute in Deutschland leben können. Eine ursächliche Verbindung zwischen den tagtäglich vorkommenden Nöten und der sexuellen Lust der Frauen zu konstruieren, ist wohl das tatsächlich Neue, was Sprenger und Co. in die Welt gebracht haben. Sie fantasieren ein Höchstmaß an moralischer Integrität auf ihrer Seite und geben vor, mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, die Hexen zu töten, für das Heilen der Menschheit zu sorgen. Die psychopathische Wahrheit von Institoris und Sprenger hätte dem Hexenhammer wohl nicht eine solche Dynamik verliehen, wenn nicht noch weitere Elemente und fundamentale Interessen der kirchlichen Oberschicht hinzugekommen wären. Ihre subjektiven Sexualängste verknüpften sich im Hexenhammer mit der objektiven Notwendigkeit für die kirchlichen Grundherren und später auch der weltlichen Herren nach Wiederbeschaffung einer entsprechenden Zahl von Arbeitskräften durch den Anstieg der Geburtenrate. Die sexuallustigen Frauen waren, wie bereits erwähnt, aus vielerlei Gründen nicht willens, da mitzuspielen. Das akute Interesse der katholischen und später auch der protestantischen Großgrundbesitzer, dass die gebärfähigen Frauen möglichst keine Verhütungsmittel verwenden, also nicht leicht ohne Schwangerschaft bleiben, überlappte sich mit den Interessen von Sprenger und Institores, ihre Ängste, ihren privaten Ärger, ihren Neid und Hass auszuagieren. Der Garant für die sie störende, beängstigende, bedrohende sexuelle Tätigkeit der liederlichen Frauen und leichten Mädchen war das Handwerk und das Wissen der Hexenhebammen, die über pflanzliche und magische Empfängnis Verhütungsmaßnahmen genaue Kenntnisse besaßen. Deshalb waren sie für Sprenge und Institores auch so besonders böse. Aber genau derselbe Personenkreis wurde von der herrschenden Schicht aus vitalen ökonomischen Gründen als Störfaktor bzw. die Ausschaltung dieser Personen als Lösung ihrer Krise wahrgenommen. Hier trifft sich der neurotische Wahn der Dominikaner mit den kapitalen Interessen Klerus und des aufsteigenden Bürgertums und wird im Sinne der Großgrundbesitzer benutzt. Wenn auch die Mehrheit der herrschenden Schicht mit Sicherheit nicht so psychopathisch war wie die beiden Dominikaner Mönche und viele ihrer Fantasien für unsachlich oder übertrieben gehalten wurden, so waren doch die Schlussfolgerungen, nämlich die Träger des Verhütungswissens auszurotten und die Frauen insgesamt zu einer individualökonomisch gesehen nicht zu verantwortenden Gebärtätigkeit zu bringen, für die herrschende Schicht durchaus brauchbar, ja sogar notwendig. Es gab noch weitere Motive der Herrschenden sich des Wahns ihrer Dominikaner Hunde zu bedienen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es eine spezifische weibliche Opposition gegen das feudale Ausbeutungsprinzip wie auch gegen die ausdrücklich frauenfeindliche Haltung der katholischen Kirche gab, die möglicherweise auch noch Anbindung an heidnisch tradierte menschliche Werte hatte. Die beiläufige Auslöschung dieser subversiven an alten Traditionen angebundenen weiblichen sozialen Opposition dürfte den Herren wohl auch geschmeckt haben. Schließlich war die Oberschicht ja nie zimperlich mit Andersdenkenden. Es könnte auch sein, dass die außerordentliche Ächtung der weiblichen Sexualität auf der richtigen aber unbewussten Intuition der entsprechenden Männerschicht basiert, dass eine freie Sexualität mit einem freien Geist und der entsprechenden persönlichen Unabhängigkeit der Frauen korrespondiert. Vielfach sind ordentliche sexualökonomische Grundwahrheiten von der Gegenseite erfüllt und verwendet worden. Warum nicht auch hier? Aber damit haben wir noch nicht alle ausschlaggebenden Elemente für diesen Staat in die Hexenverfolgung zusammengetragen. Was ebenso wesentlich für die Verbreitung länderübergreifender Durchsetzung der Ächtung des Sexuellen beigetragen hat, war die Entwicklung einer bis dahin völlig neuen Technik, nämlich der des Buchdrucks. Bis zur Hexenverfolgung und der Entwicklung des Buchdrucks ging die Informierung, Beeinflussung oder Steuerung der Menschenmassen, wenn nicht mit roher Gewalt, nur über persönliche Kontakte. Sei es, dass ein Dorfrufer den Brief des Bischofs vorlas, ein Soldat mich zur Feldarbeit drängte, man dem Pfarrer von der Kanzel lauschte oder man sich am Lagerfeuer im Wald traf, es wurde gesprochen. Ein Urteil bilden, indem man sein eigenes Wissen oder sein eigenes subjektives Empfinden gegenüber dem Sprecher oder seinem Status nachging. Die Reichweite einer Idee oder einer Fantasie war sehr begrenzt. Der Buchdruck war just zu jener Zeit entwickelt worden, als der Hexenhammer fertiggestellt wurde. Anmerkung von mir, so ein Zufall. Wobei die Entwicklung einer solchen Technik und insgesamt der Technikboom, der ja bis heute nicht abgeschlossen ist, nicht so sehr dadurch verursacht wurde, dass es findigen Arbeitern gelang, ihre Arbeit leichter zu gestalten, sondern mehr darin begründet lag, dass die Großgrundbesitzer ein Interesse daran hatten, die wenigen verbliebenen Arbeitskräfte nun auch möglichst rationell und effektiv einzusetzen. Hier liegt auch die Wurzel für die abendländische Eigenart, die Zeit zu betonen, sie in Stücke zu zerlegen, sie als Mangelware zu betrachten oder sich von ihr hetzen zu lassen. Der Hexenhammer und nicht die Bibel war das erste massenhaft gedruckte und vertriebene Buch des Abendlandes. Die Bibel lag schon in vielen handschriftlichen Versionen vor. Der Buchdruck ermöglichte den federführenden Dominikanern, ihre Predigertätigkeiten in eine quantitativ völlig neue Dimension der Einflussnahme hineinzubringen. Die ursprünglich private fiktive Realität der Autoren des Hexenhammers konnte, vermittelt durch die neue Technik und dem Wohlwollen der Obrigkeit, als universell gültige Wahrheit und als echte wissenschaftliche Erkenntnisse in die Köpfe der Leser gelangen. Sie konstruierten eine künstliche irrationale Realität, die durch eine gefälschte Doktorwürde, also Autoritätsfürchtigkeit, durch die vorneweg angeheftete Hexenwulle des Papstes, also wieder Autoritätshörigkeit, und durch die Tatsache, dass im Hexenhammer erstmals in der Kirchengeschichte Klassiker und Heilige in gesammelter und zitierender Form zusammengestellt worden waren, also Neugierde, durch die Tatsache, dass es das erste gedruckte Buch überhaupt war, also auch wieder Neugierde, bei den Kirchenleuten und Predigern enormen Eindruck hinterließ. Bis zum Jahr 1669 gab es 39 verschiedene Ausgaben. Je ähnlicher der emotionale Boden war, auf dem die in Buchform vorliegenden Fantasien fielen, desto stärker muss die Bereitschaft der Leser gewesen sein, diesen privaten Fiktionen tatsächlichen Wert beizumessen und sie für wirklich und wahr zu halten. Je sexualfeindlicher und je stärker autoritätshörig die Personen waren, desto glaubhafter war das Buch. Die emotionale Struktur der klerikalen Leserschaft trug ihrerseits einen großen Teil zur Ausbreitung des so vermittelten Gedankenguts bei. Es war allerdings auch nicht so, dass die gesamte Kirchenschaft ein uneingeschränktes Ja zum Hexenhammer auf den Lippen trug. Von der Schädlichkeit des Hexenwesens waren besonders anfänglich einige der Kirchenväter erst einmal noch zu überzeugen. Dieser Umstand war ja überhaupt erst der Anlass für Institores und Sprenger den Hexenhammer zu verfassen. Bei den ersten Hexenprozessen, die sie selber, zwar als wohl autorisierte Inquisitoren inszeniert hatten, waren sie nämlich auf beträchtlichen Widerstand in der Bevölkerung und in den eigenen Reihen Um die Menschen von der Schädlichkeit des Hexenwesens zu überzeugen, wurde der Hexenhammer geschrieben, allerdings in lateinischer Sprache. Adressat waren die Kleriker, die Kirchenleute, Bischöfe, mögliche Kritiker in den eigenen Reihen, die weltliche Gerichtsbarkeit und der kleine Priester vor Ort. Je nachdem, wie geneigt sie waren, begannen sie sogleich mit ihrem sonntäglichen Werk und predigten die neue Botschaft von den Kanzeln. Fernseher, Bücher und Zeitschriften gab es ja noch nicht und viele Neuigkeiten wurden über die Kanzel vermittelt. Der Einfluss dieser Predigten und die daraufhin über die Dauer von mindestens 300 Jahren organisierte Verwandlung eines ganzen Kontinents in ein sittenpolizeiliches Terrorregime mit Hilfe einer mobilen Inquisition hat großen Einfluss auf unsere europäische Gemütsverfassung gehabt. Insbesondere hat dies auch einen starken Einfluss auf die deutsche Mentalität ausgeübt, denn erstaunlicherweise haben sich 80% der Morde auf ehemals germanischem deutschen Boden abgespielt. Mit diesen radikalen sittenpolizeilichen Mord- und Schreckensaktionen sind nicht nur die Hexen und Heiden mit ihrem unschätzbaren unschätzbaren kulturellen und medizinischen Wissen weggefegt worden, sondern es konnten erst daraufhin die Frauen zu quasi Haustieren, zu Hausfrauen, zu Gebärmaschinen, zu sexuallosen Wesen degeneriert werden. Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral in Europa war dermaßen massiv, dass man über die letzte Jahrhundertwende noch spekulierte, ob die Frau überhaupt sexuelle Empfindungen hat. Eine krassere Verschlechterung der sexuellen Moral hat es wohl zu keiner Zeit auf unserem Planeten gegeben. Und diese für unser heutiges Leben entscheidende Veränderung hat eine epidemische Neurotisierung des europäischen Menschentieres mit sich gebracht. Diese soziale Katastrophe ist nicht Tausende von Jahren alt, wie Reich oder andere vermutet haben. Es ist auch nicht das Werk des angeblich so finsteren Mittelalters, sondern ein wohlkalkuliertes Ereignis unserer so hochgelobten Neuzeit mit ihrer sogenannten Aufklärung, die letztlich nicht der Höhepunkt einer irgendwie gearteten kulturellen Evolution ist, sondern eher menschheitsgeschichtlich und nicht technisch, kulturell und nicht waffenmäßig betrachtet, zum größten Jammertal geworden ist, in der sich die Menschheit jemals befunden hat. Nicht nur, dass die Hexen mit ihrem Verhütungswissen verschwunden sind, sondern auch der Teufel, der Angstlose, der der Frau zugewandte Mann, ist beinahe verloren gegangen. Es blieb die neurotisch überspitzte Karikatur des Männlichen. Es bleibt der Eroberer, der Ficker, der Nur-Mann, der Harte, der nicht nachgebende Mensch. Es kam auch der Softie, der Kein-Mann, ohne Wille und sexuelle Kraft. Es kam auch der ständige Streit zwischen den Geschlechtern. Es blieb auch die Hure, die Hure als Symbol für das Schlechte in der Frau, also ihr sexuelles Interesse. Es blieb die Hure als moralischer Kampfbegriff gegen die Frauen, die sich nach all dem doch noch erdreistet, sexuelle Gefühle leben zu wollen. Es blieb auch die geschlechtslose Heilige und die anständige sich aufopfernde Mutter. Es kam zur Entsolidarisierung zwischen Mann und Frau. Es kam zu einem ständigen Machtkampf, zu einem stillen Krieg zwischen den Geschlechtern. Das Schlachtfeld dieses Krieges ist das abgedunkelte Schlafzimmer. Es kam die große Verwirrung und hundertmal Angst in allen emotionalen und sexuellen Dingen. Es kam zur Übertragung der Dominikaner Mönchs Mentalität auf die europäische Gesamtbevölkerung. Es kam zur massenhaften Zementierung der emotionalen Panzerung in Europa und den industriellen Metropolen. Und diese Massenneurotisierung in den hochindustrialisierten Nationen ist heute das eigentliche und zentralste Problem auf der Erde. Diese Massenneurotisierung ist das entscheidende Haupthindernis, das gegen alle Emanzipationsbestrebungen steht. Wollen wir hier jemals aus unserem emotionalen und ökologischen Jammertal wieder herauskommen, dann haben wir mit der Ignoranz, der Dummheit, Verschlagenheit des zivilisierten Menschen zu rechnen. Die Medienlandschaft und die Universitätswissenschaften sind uns bei der notwendigen Bewusstseinsarbeit keine gute Hilfe. Ich möchte noch erwähnen, dass ich hier nicht den ganzen Neurotisierungsprozess des zivilisierten Menschen darstellen konnte. Wesentliche Umstrukturierungsprozesse wie die Niederschlagung der Bauernaufstände, die Herausbildung der bürgerlichen Moral und die Hausfrauisierung der Frau hoffe ich in der nächsten Ausgabe veröffentlichen zu können. Ich danke der Emotion Redaktion für ihre Geduld mit mir und ich danke Bernd Senf für seine Unterstützung und das große Vertrauen, das er mir gegenüber gezeigt hat. Ausblick auf den nächsten Teil über die Hausfrauisierung der Frauen nach der Hexenverfolgung oder wie aus wilden Weibern Hausfrauen und aus Ketzern und Handwerkern Proletarier gemacht wurden. Welche Rolle spielte die Juristerei bei der Hexenverfolgung? Wer wurde als Hexe verfolgt? Wie sahen die konkreten Abläufe der Verfolgung aus? Über die Geburt einer neuen Männer dominierenden Medizin aus den Folterkammern? Über die Kolonisierung, die gleichzeitig stattfand? Über die Bevölkerungsexplosion, Massenverwahrlosung von Kindern, Zuchthäuser und die langsame Überleitung vom Scheiterhaufen zur Pädagogisierung? Anhang Rousseau aus dem Buch Emile 1762 Als Ergänzung des Mannes ist die Frau ein ganz und gar relatives Geschöpf. Sie ist das, was der Mann nicht ist, um mit ihm und unter seiner Leitung die vollständige Menschheit zu bilden. Wenn Emile stark und gebieterisch ist, dann muss Sophie schwach, schüchtern und gehorsam sein. Besitzt Emile eine starke Intelligenz, so muss Sophie eine praktische besitzen. Untertitelung des ZDF, 2020